Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 202 vom 28. August 2020. Und an den Geräten begrüßen euch wie in jeder Woche Ulf Burmeier, das bin ich, Jurist aus Berlin und mir gegenüber sitzt. Philipp Hanse, ganz herzlich willkommen aus unserem Lage-Studio. Ich möchte mal sagen in Kreuzberg, aber wir sind ja nicht in Kreuzberg, glaube ich, richtig. Gefühlt sind wir hier in Kreuzberg, aber das ändert sich auch nie mehr. Aber ich glaube, so rein politisch ist es gerade Treptow, aber der Blick geht über den Gördi. Immerhin noch nicht Oberschweineöle. Wobei da ja immerhin dieses ehemalige Gebäude des Rundfunks der DDR zu einem sehr coolen Tech-Zentrum und Kreativzentrum umgerüstet wurde. Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt als Lage. Also wie ihr das kennt, Hausmitteilung zuerst. Danke, danke, danke für die ganzen neuen Abos. Die Verlosung ist abgeschlossen. Wir haben das hier notariell beglaubigt. Und auf Video festgehalten. Wir müssen noch mal sehen, in welcher Form wir euch das zugänglich machen. Aber das ist durchaus einer visuellen Überprüfung zugänglich. Drei glückliche Menschen werden benachrichtigt. Und wir haben in der Tat eine ganze Reihe neuer Abos bekommen. Ganz herzlichen Dank dafür, wenn ihr dabei sein wollt. In Zukunft könnt ihr euch ans Klicken unter lagedernation.org. Und die drei Glücklichen bekommen von uns einmal die Reise nach Berlin für zwei Personen zu einer persönlichen Lage live. Und die anderen beiden bekommen ein Lage-T-Shirt. Dann hast du noch ein Danke zu sagen. Ja, genau. Tausend User hast du gefunden, ne? Richtig cool. Also ganz herzlichen Dank. Ich hatte ja ganz kurz mal auf mein kleines App-Projekt aus meinem Urlaub hingewiesen. Richtig cool. Tausend Leute testen inzwischen mit. Ich habe großartige Ideen von euch bekommen, was ich noch besser machen könnte. Und es gab auch schon einen Crash. Das heißt, ich habe einen Fehler gefunden, der möglicherweise sonst die App aus dem App-Store hätte aussperren können, wenn der Apple-Tester genau auf dieses Problem auch gestoßen wäre. Also jetzt schon ganz herzliches Dankeschön. Und eine liebe Designerin hat sich gemeldet, die mir jetzt schönere Buttons macht. Ja, das finde ich allerdings einen großen Vorschritt. Philipp ist das so cool. Philipp ist wirklich einer meiner härtesten Kritiker. Ich bastel ja schon länger an Apps rum oder habe ich vor allem früher viel gemacht noch, bevor wir mit der Lage gestartet haben. Und Philipp war immer ein ehrlicher, kritischer Freund. Ja, gut. Aber jetzt habe ich Doro gefunden und Doro hilft mir dabei. Das macht riesen Spaß. Vielen Dank, Doro. Wir haben noch eine E-Mail von Nicole aus Bayern bekommen, die ich schon einfach, wie soll ich sagen, schön natürlich fand und auch ermutigend und optimistisch. Also sie sagt, sie hat sich früher nicht für Politik interessiert. Ist dann aber, ja, weiß ich nicht, auch auf den Geschmack gekommen. Ihr Mann hörte immer Lage. Ihr Mann hörte immer Lage und sie ist auf den Geschmack gekommen. Ist jetzt eine Partei eingetreten, hat sogar einen Ortsverein gegründet und so. Also und will jetzt auch für eine Wahl kandidieren, macht Kommunalpolitik. Und das ist natürlich total fantastisch, weil das ja natürlich auch eins unserer Hauptmotive ist, hier euch alle irgendwie dazu zu ermuntern, euch in irgendeiner Form zu engagieren. In welcher Form auch immer, ist es wirklich egal eigentlich. Ja, Hauptsache irgendwie. Aber Demokratie lebt davon, dass alle irgendwas machen. Genau. Und Partei ist natürlich perfekt. Wenn das nicht euer Ding ist, kann ich auch gut verstehen. NGO ist wunderbar. Amnesty oder weiß der Himmel was. Hauptsache irgendwie mitdenken. Mitdenken, einfach eine aktive Bürgerin oder ein aktiver Bürger sein, das wäre ganz toll. Kommen wir zum ersten Thema. Es ist natürlich nach wie vor so, dass wir 1000, ungefähr 500 neu gemeldete und erkannte Infektionen pro Tag haben. Das geht moderat nach oben. Interessant ist, dass die Krankenhäuser noch relativ entspannt und leer sind und dass die Todeszahlen auch nicht im gleichen Maß nach oben gehen. Der Grund könnte sein, dass vor allen Dingen junge Leute unter diesen neu infizierten Menschen sind. Bei denen der Verlauf naturgemäß nicht so hart ist. Vielleicht ein Wort zu den Zahlen. Also das klingt jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch. 1500 Fälle pro Tag in einem Land mit über 80 Millionen Menschen, die dort leben. Das kann man so oder so sehen. Aber jedenfalls im Vergleich zu den etwa 200 Neuinfektionen pro Tag, auf die wir schon mal runter waren. Quasi auf dem Tiefpunkt muss man sagen, ist das natürlich wieder ein dramatischer Neubeginn. Man kann jetzt lange streiten, ob damit die erste Welle wieder so ein bisschen aufgeschwappt ist oder ob das jetzt die zweite Welle ist. Das ist letztlich glaube ich nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass wir die Pandemie im Moment bei weitem nicht mehr so gut im Griff haben, wie vor ein paar Wochen. Mit anderen Worten, es geht einfach gerade wieder abwärts. Genau und noch dazu mit einbeziehen, auch das Motiv. Also wenn jemand so ein paar Symptome hat, dann erfordert das schon ein bisschen Mut und Willen, sich testen zu lassen. Denn die Folgen sind ja unter Umständen doch erheblich. Also du musst zwei Wochen in Quarantäne und deine Angehörigen müssen zu Hause bleiben und und und. Also der Anreiz zu sagen, naja, so ein bisschen Husten, das wird schon passen, ich mach das mal, der ist schon nicht ganz ohne. Du meinst, dass Leute quasi so das Kleinreden. Ja, dass die Dunkelziffer unter Umständen doch relativ hoch ist, weil wie gesagt, die Folgen eines positiven Corona-Tests sind doch für dich und deine Angehörigen durchaus erheblich. Ja, aber Philipp, mal ganz ehrlich, das ist doch ehrlich völlig unverantwortlich zu sagen, ich wische quasi oder ich fege quasi meine Corona-Infektion unter den Teppich und laufe als mobiler Superspreader durch die Stadt. Das kann doch nicht wahr sein. Na klar, wenn du Fieber hast und richtig Husten, dann gehen wir natürlich wieder. Aber es ist ja häufig dann die Symptome nicht so stark und du liegst nicht immer im Bett und so, wird schon nicht so schlimm sein. Ich reite da mal durch, also ich glaube, da ist schon auch so ein bisschen was im Spiel. Die Laborkapazitäten und das ist, glaube ich, momentan so das größte Nadelohr, die kommen an die Grenzen, vor allen Dingen, weil eben so viele Reisende getestet werden müssen. Und jetzt gab es ja immer schon auch von uns moniert und von vielen ja auch moniert dieses Problem, dass einfach in den Bundesländern zu viele unterschiedliche Regeln gelten und die einfach die Wirksamkeit dieser Vorschriften untergraben. Ich glaube, das ist auch mit ein Grund, mit ein Grund, warum die Disziplin nachlässt. Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich muss ja gestehen, ich war am Anfang da weniger skeptisch. Wir haben das Thema unterschiedliche Vorschriften in der Lage ja auch mal besprochen. Da war meine These so ein bisschen, naja, also man ist ja, man lebt ja im Prinzip in einem Bundesland und kann sich dann ja an die dort geltenden Regeln anpassen. Aber Philipp, du hast völlig recht, also da hat quasi die Realität gezeigt, da lag ich irgendwie falsch. Die Leute, ich meine, die Leute lesen halt bundesweite Medien und in bundesweiten Medien oder hören die oder sehen die. Und in bundesweiten Medien kann man immer nur sagen, ja, schwierig, weil man weiß nicht, was los ist. Genau, ich glaube, das ist ein Effekt, den auch ich unterschätzt habe, dass natürlich die Leute nicht immer nur ihre Lokalzeitung lesen wie früher und da drin steht, bei uns darfst du dis und dis. Sondern es ist halt überregionale Medien und da ist es halt wahnsinnig schwer, einheitliche Regeln zu kommunizieren. Weil es sie nicht gibt. Und so haben sich also die Bundesländer mit Angela Merkel diese Woche zusammengesetzt und wollten also bundeseinheitlichere zumindest Regeln festzuhren. Das hat nicht so wirklich geklappt, muss man ganz ehrlich sagen. Zankapfel war in dieser Woche das Bußgeld. Also ein zentrales Problem hat sich herauskristallisiert, dass die Disziplin beim Tragen des sogenannten Mund-Nasen-Schutzes extrem schlecht ist. Jedenfalls bei vielen Menschen leider Gottes. Also im Vergleich zum Beispiel zu Italien, es sieht es in Deutschland echt nicht gut aus. Ich war ja im Sommer mal eine Woche in Italien und da kann man, klar, Italien hat natürlich eine andere Geschichte gerade zum Thema Corona. Aber da waren die Menschen unglaublich diszipliniert. Das hat super geklappt. Wirklich, du saßt niemanden im öffentlichen Raum ohne Maske, insbesondere nicht in Innenräumen. Und ja, in Deutschland, also fahr mal U8 hier in Kreuzberg, fahr mal U-Bahn, also da ist in jedem Wagen irgendeinen, der meint, ich bin gleicher als die anderen. Und insofern, das ist auch in der Politik angekommen, es sollte also ein Bußgeld verhängt werden, idealerweise deutschlandweit, oder verhängt werden können, idealerweise deutschlandweit einheitlich für den Verstoß gegen die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Philipp, und hat das geklappt? Im Jein, also es gibt jetzt ein Mindest-Bußgeld von 50 Euro, Schulen sind da ausgenommen, aber die Unterschiede sind nach wie vor riesig. Einige Bundesländer müssen jetzt eben erstmals ein Bußgeld einführen, andere wie Bayern haben schon sehr hohe Bußgelder, 250 Euro NRW, siegt somit 150 Euro im Mittelfeld. Allein Sachsen-Anhalt sagt, nein, wir machen kein Bußgeld. Begründung? Naja, also ist ja verboten, warum sollen wir da ein Bußgeld einführen? Also Haseloff sagt hier, Ministerpräsident Sachsen-Anhalt, seine Bürger und Bürgerinnen hielten sich an die Regeln. Tja, also ich meine, nichts gegen die Menschen in Sachsen-Anhalt, es ist ein wunderschönes Bundesland, wir haben überhaupt keinen Zweifel, dass man sich da im Großen und Ganzen an die Regeln halten wird. Aber leider zeigt ja die Erfahrung, dass es nicht immer so ist. Also mal ganz ehrlich, mit dieser Argumentation könnte man die Gefängnisse zumachen, denn die Leute, die da drin sind, sitzen in aller Regel auch, weil sie was getan haben, was verboten ist. Also selbst wenn viele sich daran halten und selbst wenn da, das ist ja immer das Argument in Sachsen-Anhalt, so wenig gemeldete Infizierte vorhanden sind, dann kann man trotzdem im Sinne der Einheitlichkeit sagen, okay, da machen auch wir ein Bußgeld. Ja, Philipp, aber was ist denn der Hintergrund? Man weiß es natürlich nicht ganz genau, was den Ministerpräsidenten Rainer Haseloff bewogen hat, kein Bußgeld einzuführen. Mein persönlicher Verdacht, einknicken vor der AfD und vor den Corona-Skeptikern. Man weiß, Sachsen-Anhalt ist eins der beiden Bundesländer, wo die AfD und Rechtspopulisten überhaupt relativ gute Karten haben. Und es gibt ja deutliche Überschneidungen, mal ganz vorsichtig, zwischen der rechtspopulistischen Szene und der Corona-Skeptiker-Szene. Und also das liegt für mich sehr nah, dass er einfach vor diesen, ich sag jetzt mal, platt Spinnern eingeknickt ist. Mit mehr Einschränkungen müssen auch Leute rechnen, die aus Risikogebieten nach Hause kommen. Denn bisher gibt es ja kostenfreie Corona-Tests für Reiserückkehrer. Aber die zahlt die Krankenkasse ab dem 15. September, also in gut zwei Wochen, nur noch für Rückkehrer aus Risikogebieten. Für alle anderen, wenn sie das machen wollen, müssen sie selber zahlen. Wobei Risikogebiete inzwischen nicht mehr irgendwie nur weit entfernte Länder sind, sondern inzwischen auch einige europäische Länder wieder Risikogebiete sind. Also Paris zum Beispiel ist Risikogebiete. Einige Regionen und so. Und wer aus dem Risikogebiet kommt, der soll eben eine verpflichtende Quarantäne durchlaufen müssen und darf sich erst frühestens ab dem fünften Tag testen lassen, um dann eben die Quarantäne auch beenden zu können. Und diese Regelung soll möglichst ab dem 1. Oktober gelten. Und wer eben wissentlich in ein Risikogebiet reist, der erhält auch demnächst durch die Quarantäne bedingte Verdienstausfälle keinen Ersatz mehr. Und wer eben gegen diese Quarantäne-Pflicht verstößt, der soll mit Zitat empfindlichen Bußgeld rechnen müssen. Gut, also wie gesagt, das ist also ein bisschen die Frage der Kontrolle. Das ist super schwierig, diese Quarantäne zu kontrollieren, auch wenn das jetzt verschärft werden soll. Großveranstaltungen, weiterer Beschluss, ab 1000 Teilnehmer bleiben bundesweit untersagt. Offenbar soll das bis Jahresende gelten, aber auch da gibt es totale Unterschiede. Also Brandenburg und Sachsen lassen bisher schon Großveranstaltungen mit 1000 Leuten zu Bayern, sind nur 100 erlaubt. In der W. Rheinland-Pfalz liegen so 150 Leute, die erlaubt sind. Und die Argumentation für diese unterschiedlichen Größen, die Rechtfertigung ist halt, es gibt in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Infektionsdichte. Da ist was dran. Ich kann das schon nachvollziehen. In Bayern sind es mehr Infizierte, da machen sie uns ein bisschen enger. In Sachsen-Anhalt, Brandenburg sind es halt weniger. Aber ja, im Sinne der Einheitlichkeit wäre es schon cool gewesen, wenn man sich da mal hätte auf eine Größe einigen können. Ja, also insbesondere erscheinen mir 1000 BesucherInnen in Brandenburg und Sachsen enorm viel. Immer ganz ehrlich, wenn da einer rumläuft, dann hast du gleich 1000 potenziell Infizierte. Das ist ja nicht nur ein großes Risiko, dass die Menschen sich tatsächlich infizieren. Es ist zum Zweiten ein großes Risiko, dass die Kapazitäten der Gesundheitsämter überfordert sind. Denn diese 1000 Kontakte oder potenziellen Kontakte müssen ja alle danach verfolgt werden. Also das scheint mir doch deutlich zu hoch gegriffen. Da kann man sich vielleicht auch bundesweit einheitlich auf nicht mehr als 300 einigen können. Und Bayern geht dann eben wegen der Corona-Krise im Südosten einfach ein bisschen drüber hinaus und sagt nur noch bis 100. Auch bei Schulen gibt es keine Einigkeit, weit davon entfernt. Also die konnten nicht mehr als appellieren, dass sie irgendwie die Schutzkonzepte für die Schulen vereinheitlichen. De facto ist es aber Kraut und Rüben, das muss man einfach so sagen. Ich weiß das jetzt hier aus persönlicher, anekdotischer Anschauung aus Berlin durch Elternabende. Es ist ein totaler Blindflug, Zitat des Lehrers. Hygieneschriften, das sind Vorschriften des Senats, sind völlig weltfremd und werden einfach ignoriert. Die lassen sich einfach nicht durchsetzen und nicht umsetzen. Und deswegen machen wir jetzt hier einfach Unterricht wie normal. Und für den Fall, dass es Infektionen gibt, ja, mal gucken. Ja, du, also, weil ganz ehrlich, das ist nicht nur ein Berliner Problem. Ich telefonierte mit einer Lehrerin aus Nordrhein-Westfalen, in deren Klasse der Vater eines Kindes positiv getestet ist. Reaktion der Schulbehörde und der Gesundheitsbehörde, Doppelpunkt, keine. Der Junge dieses Vaters wurde dann zwar getestet, sollte aber eigentlich weiter zur Schule gehen. Und bis das Testergebnis da ist, dann potenziell seine KlassenkameradInnen anstecken. Also mal ganz ehrlich, ich habe jetzt diese Regel, ich habe es nicht nachgecheckt, so hat es mir diese Lehrerin geschildert. Aber da habe ich mir noch einen Kopf gefasst. Ich meine, wie kann das wahr sein? Wieso muss der Junge nicht einfach mal zu Hause bleiben, jedenfalls bis sicher ist, dass er sich nicht infiziert hat? Also das versteht kein Mensch. Mit anderen Worten, die Planlosigkeit im Bildungsbereich, die wir in der Lage ja schon mehrfach kritisiert haben, geht weiter. Auf der Haben-Seite, wenn man das so sehen will, relativ weitgehende Schulöffnung. Das heißt also, um es mal so hoch zu hängen, das Grundrecht auf Bildung der Schülerinnen und Schüler wird jetzt wieder deutlich besser realisiert. Das muss man schon sehen. Jedenfalls, solange es gut geht. Und das Ganze allerdings natürlich auf Kosten des Gesundheitsschutzes. Also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Bislang allerdings, Philipp, muss man glaube ich fairerweise sagen, trotz dieser sehr defizitären Hygienemaßnahmen sind die ganz großen Superspreader-Ereignisse in Schulen nicht aufgetreten. Jedenfalls nicht bekannt geworden. Dann war auch noch ein Beschluss, den ich interessant fand, dass die Digitalisierung der Schulen weiter vorangetrieben werden soll. Also der Bund will den Ländern nochmal 500 Millionen Euro geben, also für neue Technik. Und auch wie gesagt, aus privatem Umfeld weiß ich, da kommen jetzt in der Schule tatsächlich iPads an. Und die Whiteboards werden mit Apple TV betrieben, sodass die Lehrer, Lehrerinnen da relativ einfach Sachen drauf posten und screenen können. Also da scheint sich ein bisschen was zu bewegen. Keine Obergrenzen, keine einheitlichen Obergrenzen gibt es auch für private Feiern. Das bleibt auch total heterogen. 50 Personen in Sachsen-Anhalt sind erlaubt. In Berlin sind es 500, die zu privaten Feiern gehen. 500? Okay. Ja, also mal ganz ehrlich, Philipp, wir können einfach nur sagen, wir drücken die Daumen, dass das gut geht. Genau. Wenn es gut geht, ist alles richtig gemacht. Wenn es gut geht, klar. Aber wenn nicht, viel Spaß bei der Nachverfolgung von 500 Kontakten. Dann war auch noch ein Beschluss, der die Wirtschaft betrifft und der auch kritisiert wurde. Im Kern sind es zwei Beschlüsse. Das eine ist, das sogenannte Kurzarbeitergeld wird länger ausgezahlt als bisher geplant. Hatten wir schon mal eine Lage, ne Philipp? Aber erklär doch mal ganz kurz, was es damit genau auf sich hat. Die Idee ist, Betriebe haben in der Krise weniger zu tun und würden normalerweise, so wie das in Amerika zum Beispiel passiert ist, Leute einfach entlassen. Weil wir haben keine Aufträge mehr, also entlassen wir euch. Und um das zu vermeiden, sagt der Staat, gut, die Betriebe dürfen die Arbeitszeit verkürzen. Und wenn ein Zehntel der Beschäftigten weniger arbeitet und weniger verdient, weil sie eben weniger arbeiten, dann kann der Betrieb Kurzarbeitergeld beantragen. Und die Idee ist, dass damit eben dieser Verdienstausfall bei Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen nicht so groß ist. Und deswegen gleich die Bundesagentur für Arbeit 60 Prozent dieses entgangenen Nettoeinkommens wieder aus. Bei Müttern sind es 67 Prozent, also gut zwei Drittel. T-Online hat das wirklich ganz schön ausgedröselt. Wir haben das in den Shownotes verlinkt. Die haben ein schönes Beispiel gemacht. Also eine Angestellte ohne Kinder verdient monatlich 3.000 Euro brutto. Netto bleiben 1.938, also gut 1.900 Euro. So, wenn wegen Corona streicht jetzt der Betrieb die Hälfte der Arbeitszeit, sie arbeitet also nur halb so viel, kriegt brutto 1.500, netto bleiben 1.129. Das heißt, ihr Nettoverdienstausfall sind 809 Euro. Also verdient 809 Euro weniger. Und davon, dank Kurzarbeitergeld, übernimmt die Arbeitsagentur 60 Prozent, überweist ihr also nochmal 485 Euro. Das heißt, sie hat am Ende ungefähr 1.600 Euro netto, statt normal 1.900 Euro netto. Also das spürt man natürlich, 300 Euro weniger im Portemonnaie, das ist im Zweifel genau das Geld, das frei verfügbar ist, mit dem man sich sonst mal einen schönen Abend machen könnte. Es ist also trotzdem bitter, aber auf der anderen Seite denke ich mal, da muss normalerweise niemand Angst haben, dann quasi seine Miete nicht mehr zahlen zu können. Richtig, genau. Und das sind durchaus viele Leute. Im Mai waren es fast sieben Millionen Menschen, die Kurzarbeitergeld bekamen. Und bisher sollte das eigentlich nur bis Ende dieses Jahres überhaupt als Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Jetzt wurde es um ein Jahr verlängert bis Ende nächsten Jahres. Also das heißt, Beschäftigte können jetzt bis zu zwei Jahre Kurzarbeitergeld beziehen. Das ist schon erheblich. Und da muss man sagen, da greift also der Bund tatsächlich tief in die Tasche. Auf der anderen Seite dient das eben der Sicherung von bestehenden Arbeitsverhältnissen. Und man muss ja mal ganz ehrlich sagen, da geht es ja nicht nur um Geld, das die Menschen sonst nicht mehr verdienen würden. So ein Beruf oder ein Arbeitsplatz hat ja auch einfach eine starke soziale und psychische Funktion. Also ich kenne das aus dem eigenen Umfeld. Wenn Leute mit einem Mal nichts mehr zu arbeiten haben, dann kann das dramatische Folgen haben. Insofern, also da denke ich, beweist sich der Bund tatsächlich als pragmatischer Krisenmanager an dieser Stelle. Scholz sagt, zehn Milliarden soll das allein im nächsten Jahr kosten. Weniger als er mit Cum-Ex verschenkt hat. Das muss man ja mal ein bisschen ins Verhältnis setzen. Also ich höre, zehn Milliarden klingt nach einer Menge Geld. Da könnte man so, zehn Jahre steuern. Naja, das ist etwa dasselbe, was man mit dieser sinnlosen Cum-Ex-Anonistie verschenkt hat aus dem Bundeseckel. Herzlichen Glückwunsch. Genau, und für die Unternehmen ist es natürlich gut, weil sie sich nicht neue Leute suchen müssen, wenn es wieder losgeht. Das ist aus deren Perspektive auch gut. Und das andere war, was sie beschlossen haben, Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für überschuldete Unternehmen. Da haben wir uns gedacht, das ist was, was vielleicht Menschen, die nicht im Wirtschaftsleben Verantwortung tragen, nicht so ohne weiteres einordnen können. Worum geht es eigentlich bei dieser sogenannten Insolvenzantragspflicht? Also wenn man im Wirtschaftsleben tätig ist, zum Beispiel eine GmbH betreibt als Geschäftsführer oder als Geschäftsführerin natürlich auch, dann muss man ständig die eigene Kasse im Blick behalten und sich insbesondere die Frage stellen, ob man möglicherweise zahlungsunfähig ist. Das ist, wenn die Kasse quasi leer ist und man einfach kein Geld mehr hat auf dem Konto, um was zu überweisen. Oder ob man möglicherweise überschuldet ist. Das heißt also, wenn die Verpflichtungen, die man hat, so groß sind, dass man sie mutmaßlich nicht mehr wird bedienen können. Und wenn einer dieser beiden Fälle, Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung eingetreten ist, dann hat man die Pflicht, binnen einer sehr kurzen Frist, ich meine, es sind drei Wochen, einen sogenannten Insolvenzantrag zu stellen. Das ist das, was man früher mal Konkurs nannte. Also man muss quasi gegenüber dem Amtsgericht erklären, dass dieser Insolvenzfall eingetreten ist. Und der Hintergrund des Ganzen ist der sogenannte Schutz der SchuldnerInnen, der GläubigerInnen. Das heißt also, es geht im Wesentlichen darum, diese Insolvenzantragstellung wird öffentlich bekannt gemacht. Und man kann sich dann in öffentlichen Registern informieren, ob eine GmbH möglicherweise längst zahlungsunfähig ist. Und dann möchte man der möglicherweise nicht mehr Waren auf Kredit liefern zum Beispiel. Also die Insolvenzantragspflicht hat den Zweck, Menschen und andere Unternehmen davor zu schützen, mit jemandem Geschäfte zu machen, der eigentlich längst pleite ist. So ganz einfach formuliert auf der anderen Seite hat das aber natürlich dramatische Folgen. Auch wenn das Insolvenzrecht heute schon deutlich quasi milder ist als das Konkursrecht früher. Das Insolvenzrecht soll eigentlich auch versuchen, ein Unternehmen weiterzuführen. Trotzdem ist es aber natürlich so, dass das für ein Unternehmen normalerweise einschneidende Folgen hat, wenn der Antrag gestellt wird. Und viele Unternehmen, wenn nicht die meisten, werden dann auch tatsächlich abgewickelt. Und das möchte man natürlich in der Corona-Krise vermeiden. Weil man davon ausgeht, die allermeisten Unternehmen, die jetzt in die Krise rutschen, die sind quasi nicht strukturell wirtschaftlich nicht mehr leistungsfähig. Sondern die haben halt nur akute Corona-bedingte Probleme. Und wenn die jetzt aber alle Insolvenzanträge stellen müssten, dann würden die in so ein Insolvenzverfahren rutschen, obwohl sie eigentlich überlebensfähig sind. Das ist so ein bisschen die Idee. Und dieser Pflicht, eben diesen Antrag zu stellen, die war eigentlich bis Ende September ausgesetzt. Und jetzt ist sie bis Ende des Jahres ausgesetzt. Also wer bis Ende des Jahres zahlungsunfähig, also eigentlich seine Sachen nicht mehr begleichen kann und so, der muss keinen Insolvenzantrag stellen. Und das hat doch erhebliche Kritik auf sich gezogen, diese Beschlüsse. Und zwar kamen die von keinem anderen als Lars Feld. Der ist immerhin Volkswirtschaftler und Vorsitzender der Wirtschaftsweisen, also des führenden Beratungsgremium für Wirtschaftsfragen, Konjunkturfragen der Bundesregierung. Angesehener und sehr renommierter VWLer und der hat im Kern kritisiert, mit sowas wie Kurzarbeitergeld und vor allen Dingen mit Insolvenzvermeidung würde man einen Strukturwandel behindern. Also er glaubt im Grunde so ein bisschen, ich sage ja so etwas überspitzt, ein bisschen darwinistisch dran. Ja, das Leben ist hart, aber Unternehmen, die pleite sind, die müssen eben auch einen Insolvenzantrag stellen, quasi pleiten müssen sein. Das ist so der Gedanke, ja Unternehmen, die nicht überlebensfähig sind, die sollten auch nicht durch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht künstlich scheinbar am Leben geraten werden. Genau, sogenannte Zombie-Unternehmen, das war so das erste Argument, Unternehmen nicht künstlich am Leben halten, die eigentlich tot sind. Und wir haben da mal Marcel Fratscher, Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, um eine Einschätzung und eine Replik auf dieses erste Argument gegeben. Der erste Denkfehler ist, dass es sich bei dieser Wirtschaftskrise nicht um eine klassische Wirtschaftskrise handelt, also einen Konjunkturzyklus, bei dem die Wirtschaft mal wächst und mal schrumpft, sondern dass es sich hier um eine Krise handelt, die ausschließlich durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurde. Deshalb ist die Logik, Unternehmen müssten jetzt pleite gehen, Menschen müssten arbeitslos werden, damit neue Unternehmen entstehen können und Menschen bessere Arbeit finden können, halte ich für grundfalsch. Denn wenn man jetzt Unternehmen in die Insolvenz zwingen würde, dann würde man eben nicht Zombie-Unternehmen erwischen, also solche Unternehmen, die eh nicht überlebensfähig sind, sondern dann würden vor allem junge Unternehmen, kleine Unternehmen, Unternehmen in gewissen Branchen darunter leiden, die eigentlich für den Strukturwandel und für die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland unglaublich wichtig sind. Denn kleine Unternehmen haben nicht die tiefen Taschen, haben nicht die Möglichkeit sich zu finanzieren. Also jetzt Unternehmenspleiten voranzutreiben und zu erzwingen, würde der deutschen Wirtschaft einen grundlegenden und permanenten Schaden zufügen, weil eben nicht die wenigsten profitabelsten Unternehmen leiden würden oder pleite gehen würden, sondern die produktiven und dynamischen Unternehmen. Und das andere Argument, was von den Kritikern dieser Maßnahmen angeführt wird aus der VWL-Szene ist, man halte damit den Strukturwandel auf. Also gibt wenig Zweifel eigentlich daran, dass die deutsche Wirtschaft schon einen Strukturwandel braucht für mehr Klimaschutz und Digitalisierung. Und der werde aufgehalten, so das Argument, in dem man jetzt eben solche Unternehmen am Leben erhält. Und dazu sagt Marcel Fratscher vom DEW. Wir wissen aber von vielen wissenschaftlichen Studien, dass Strukturwandel eigentlich am besten gelingt in guten Zeiten. Wenn neue Unternehmen, junge Unternehmen, dynamische Unternehmen offene Stellen haben und sagen, wir zahlen bessere Gehälter, machen es attraktiver. Arbeitskräfte und Beschäftigte, bitte wechselt zu uns. Und das ist eine Illusion. In einer so tiefen Krise wird man eben keine neuen Jobs schaffen können. Wenn jetzt eine hohe Arbeitslosigkeit entsteht, weil Unternehmen pleite gehen, dann werden eben nicht neue Unternehmen entstehen, sondern dann werden Menschen in vielen Bereichen auf Jahre hinaus arbeitslos bleiben. Und wenn Menschen zwei, drei, vier Jahre arbeitslos sind, dann verlieren sie auch einen Teil ihrer Fähigkeiten, sind also nicht mehr so produktiv. Und deshalb bin ich so kritisch zu sagen, jetzt Strukturwandel zu fördern, indem man Unternehmen in die Pleite treibt und Menschen in die Arbeitslosigkeit, ist für mich kontraproduktiv. Es erschwert diesen Strukturwandel, weil wenn es Unternehmen nicht mehr gibt und Menschen in die Arbeitslosigkeit sinken, dann werden eben nicht so schnell neue Strukturen entstehen, sondern dann dauert es umso länger. Aber auch Fatscher sagt, natürlich brauchen wir einen Strukturwandel und dann haben wir ihn gefragt, ja wie soll das denn gehen, wenn nicht so wie jetzt vorgeschlagen? Damit ein Strukturwandel gelingt, sollten diese Konjunkturprogramme, die für die kurzfristige Stabilisierung sorgen sollen, ergänzt werden. Nicht ersetzt werden, sondern ergänzt werden durch ein Zukunftsprogramm, ein Investitionsprogramm, bei dem der Staat junge Unternehmen, Unternehmen in Branchen fördert, die für die deutsche Wirtschaft wichtig sind. Also sprich in Bereichen, die eben die Digitalisierung vorantreiben, im Bereich Klimaschutz, Unternehmen auch den Umbau ihres eigenen Wirtschaftens zu ermöglichen, mit einem größeren Gewicht auf Nachhaltigkeit. Und das wäre der richtige Weg. Wir sehen als DEW Berlin ein großes Investitionsprogramm von knapp 130 Milliarden Euro für notwendig, um diesen Strukturwandel über die nächsten fünf bis zehn Jahre voranzutreiben. Vor allem mit Schwerpunkt Klimaschutz und Digitalisierung. Ja, das war die Einschätzung von Marcel Fratscher, der ganz offenbar die Idee eigentlich ganz sinnvoll findet, jedenfalls vorerst die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags aufzuschieben bis zum Jahresende. Ja, wir kommen zu unserem nächsten Thema und schauen noch einmal nach Berlin. Und zwar ist ebenso wie am 1. August auch für dieses jetzt beginnende Wochenende, für den 29. August, eine Demo der Corona-Skeptiker angemeldet worden. Oder nicht nur eine, sondern eine ganze Vielzahl von Demos. Ein sogenanntes Fest für Frieden und Freiheit, Philipp. Zu dem über 20.000 Leute erwartet wurden, schon nach Angaben der Anmeldenden. Der Senat von Berlin erwartet deutlich mehr Leute, Philipp. Aber diese Demo sollte erstmal nicht stattfinden. Genau, die Behörde, die zuständige Behörde hat diese Corona-Demo verboten. Begründung, mehrere Punkte. Aufgrund der Erfahrung mit der vorherigen Versammlung. Das war die am ersten. Und im Zusammenhang mit Aufrufen, die Masken- und Abstandspflicht zu ignorieren, erwartet die Polizei massive Verstöße gegen die Covid-19-Verordnung. Also Stichwort Mindestabstand. Zweiter Punkt, die von den Anmeldern berechneten acht Quadratmeter Fläche pro Teilnehmer hält die Polizei für unrealistisch. Sie erwartet mehr als die angekündigten 22.500 Menschen. Sprich, es sei absehbar, dass der Mindestabstand eben nicht eingehalten werden kann. Das ist im Grunde auch schon rechnerisch klar. Wenn man sich überlegt, auf welcher Fläche diese Demo stattfinden sollte und dann die Zahl der Menschen dazu nimmt, dann ist das eine nicht ganz so einfache, aber doch mathematisch noch zu bewältigende Aufgabe herauszufinden, dass das nicht aufgeht. Genau, und weil mehrere Veranstaltungen angekündigt wurden, befürchtet die Polizei beim Verbot von nur einer Kundgebung eine Art Überlaufen. Die Covid-19-Verordnung wäre erst recht nicht mehr einzuhalten. Deswegen wurde also einige themengleiche Veranstaltungen und Demos gleich mit untersagt. Punkt. Fazit der Polizei, unter diesen Umständen sei ein ordnungsgemäßer Ablauf nicht durchführbar. Und es fand sich in dieser Verfügung auch noch eine meiner Lieblingsvokabeln vor diesem Hintergrund sei ein Verbot alternativlos. Ja, immer sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt muss man sagen, Demonstrationsrecht ist ja nicht irgendein Recht. Genau, also das ist rechtlich, ist das eine außerordentlich heikle Entscheidung gewesen. Der Versammlungsbehörde, dieser Bescheid, den der Anmeldende bekommen hat, der ist irgendwie so im Internet gelandet. Man muss dazu immer sagen, wir haben natürlich jetzt keine offizielle Bestätigung der Behörde, dass das der Originalbescheid ist. Aber ich kann sagen, der sieht tatsächlich so aus, wie solche Bescheide in Berlin aussehen. Also spricht sehr viel dafür, dass der authentisch ist. In den Shownotes verlinkt. In den Shownotes verlinkt. So, wenn man sich das mal anschaut, Philipp hat es gesagt, die Versammlungsfreiheit ist nicht irgendein Recht, sondern das Bundesverfassungsgericht weist immer wieder darauf hin, spätestens seit der Brockdorf-Entscheidung aus den 80er Jahren, dass das ein ganz zentrales Grundrecht in der Demokratie ist. Ja, also man soll eben seinen demokratischen Willen nicht nur in Wahlen ausdrücken, ja, alle vier Jahre und dann am besten schweigen, sondern ganz im Gegenteil, es ist ein elementares Recht, auch auf die Straße gehen zu können. Und damit den Menschen, die an der Regierung sind, unmittelbares Feedback zu geben. Einfach dadurch, dass man gemeinsam auf die Straße geht. Allerdings ist in diesem Fall auch nicht nur die Versammlungsfreiheit betroffen als Grundrecht, sondern es handelt sich um einen Grundrechtskonflikt. Ja, auch auf der anderen Seite der Abwägung, die die Versammlungsbehörde hier zu treffen hatte, sind ja Grundrechte zu beachten. Und zwar in diesem Fall nicht irgendwelche, sondern Leben und körperliche Unversehrtheit. Denn mal ganz ehrlich, also bei einer Durchführung der Demo kann es eben möglicherweise zu erheblichen Schäden für die Gesundheit von Menschen kommen, bis hin zu einem tödlichen Ausgang. Und die rechtliche Grundlage ist dann zu entscheiden, ob diese Demo tatsächlich eine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt. Und dabei ist wiederum die entscheidende Frage, ob man die Gesundheitsgefahren in den Griff bekommen kann. Gefahr ist sie sicherlich, aber kriegt man es halt in den Griff? Kann man das irgendwie mit Maßnahmen moderieren? Ganz genau, da muss man schauen. Genau, das muss also eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit sein bei der geplanten Versammlung. Irgendeine Gefahr ist es natürlich, wenn Menschen zusammenkommen, aber die muss eben quasi hinreichend konkret sein, hinreichend gravierend sein. Und wenn man das mal so abwägt, also bei der letzten Demo am 1. August gab es massenweise Verstöße gegen die Maskenpflicht. Das gehörte quasi zum guten Ton, zum Programm, da ohne Maske zu demonstrieren. Und auch die Abstände wurden nicht eingehalten. Da haben Leute sich umarmt, quasi im Ringelpiez mit Anfassen getanzt und so. Also das muss man sehen, da ist glaube ich die Prognose der Versammlungsbehörde sehr plausibel zu sagen, das wird nicht klappen. Zumal es jetzt wieder angekündigt wurde, sich der Maskenpflicht zu entziehen oder zu widersetzen. Soll sogar in der Anmeldung der Demo stehen, dass man keine Maskenpflicht verhängen will. Auf der anderen Seite muss man sagen, hat natürlich die Polizei bei der letzten Demo auch nicht konsequent eingegriffen. Also sie hat sie dann irgendwann aufgelöst, die Demo. Aber während die da so vor sich hin marschierten und keine Maske trugen, haben sich das die Polizisten im Wesentlichen angeschaut. Das heißt, da wurde überhaupt nicht durchregiert. Und deswegen steht schon sehr die Frage im Raum, ob es denn wirklich keine Möglichkeit gäbe, eine solche Demo zuzulassen und dabei eben Auflagen zu erteilen. Abstand, Maske zum Beispiel oder möglicherweise auch eine Begrenzung der Teilnehmendenzahl. Und dann polizeilich durchzusetzen, dass diese Auflagen auch eingehalten werden. Da muss man wieder sagen, das ist letztlich, wie so häufig in der Lage und wie so häufig in der Juristerei, eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Das heißt also, ein Demoverbot, ein Totalverbot einer Demo und auch aller Ersatzveranstaltungen ist einfach das letzte Mittel. Weil dann eben diese demokratische Meinungsäußerung komplett unterdrückt wird. Da muss man sich immer die Frage stellen, kann man es nicht wenigstens versuchen und dann möglicherweise die Demo auflösen, wenn es gar nicht anders geht. Insbesondere hätte die Behörde hier wohl ausführlich begründen müssen, dass wirklich die Polizei außerstande ist, rechtmäßige Verhältnisse zu durchzusetzen. Das ist also die Frage nach dem sogenannten polizeilichen Notstand. Also ist da wirklich gar nichts zu machen oder ist die Demo nur unbequem? Und vor diesem Hintergrund, dass also die Gefahr für die öffentliche Sicherheit so zentral ist und das entscheidende Kriterium, um so ein Verbot zu rechtfertigen, ist diese Aussage, die in dieser Pressemitteilung zu diesem Verbot vom Innensenator getätigt wurde, saudumm. Man kann das nicht anders sagen. Zitat, Innensenator Berlin, Herr Geißel. Ich bin nicht bereit, ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin als Bühne für Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht wird. Ich erwarte eine klare Abgrenzung aller Demokraten und Demokratinnen gegenüber denjenigen, die unter dem Deckmantel der Versammlungs- und Meinungsfreiheit unser System verächtlich machen. Das kann man politisch vielleicht so sehen, aber man darf das politisch nicht in Verbindung bringen mit dem Verbot einer Demo. Weil das sieht so aus, als würde es politisch einfach nicht passen, dass diese Leute da auflaufen und deswegen verbietet er den ganzen Kram. Ehrlich gesagt muss man sagen, ist das der Kern der Versammlungsfreiheit, dass die Menschen auf die Straße gehen können, ihre Meinung zum Ausdruck bringen können, die politisch unbequem sind. Das ist der quasi Inhalt der Versammlungsfreiheit ist, um das nochmal zu zitieren, was Geißel da geschrieben hat, Inhalt der Versammlungsfreiheit ist, dass Berlin zur Bühne wird für Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten. Das ist der Sinn der Versammlungsfreiheit. Das können wir jetzt vielleicht doof finden, aber genau darum geht es. Und das heißt also, diese Pressemitteilung der Innenbehörde negiert im Grunde den Kerngehalt der Versammlungsfreiheit. Und damit kannst du ein solches Verbot nicht rechtfertigen. Das muss man sehr deutlich sagen. Klingt nach einer politischen Begründung, die mit der Versammlungsfreiheit nichts zu tun hat und das ist natürlich gar nicht gut. Dementsprechend, Philipp, war die Redaktion. Riesenalarm in den Netzwerken, Hashtag Sturm auf Berlin. Also das war Feuer ins Öl oder Öl ins Feuer so rum. Und ja, ich glaube, da muss man einfach schon deutlich sagen, also ich habe da auch lange drüber nachgedacht, aber ich glaube, dieses Verbot war unklug. Ja, das war dumm, würde ich sagen. Also jedenfalls diese PM dazu. Aber auch das Verbot war, glaube ich, nicht angemessen. Man hätte, glaube ich, sagen müssen, hier, das sind die Anforderungen, das müsst ihr einhalten, Abstand, Maske etc. Und wenn das nicht durchgesetzt wird und dann wird die Demo halt aufgelöst. Ich war gestern dazu noch in einem Interview mit dem Deutschlandradio Kultur, da hatte ich zum Beispiel auch vorgeschlagen, man könnte ja einfach die Zugänge zur Demo kontrollieren. Ich meine, das kennt man von allen möglichen anderen Demos. Da wird da mal die Tasche gefilzt und so, sind da auch keine Wurfgegenstände, hast du da auch bitte keine Maske dabei und so. Bei dieser Demo hätte man ja einfach kontrollieren können, ob wirklich alle Menschen, die zur Demo wollen, einen Mund-Nase-Schutz dabei haben. Hätte man halt so Pforten einrichten müssen, ist alles nicht ganz einfach, kostet Personal. Aber meine Güte, ja, beim 1. Mai werden ja auch Hunderte oder wenn nicht Tausende von Menschen, von Beamtinnen aus ganz Deutschland rangekarrt. Und das ist eben der Witz bei der Versammlungsfreiheit. Man kann nicht einfach sagen, ach, sorry, ist ein bisschen aufwendig, kostet Geld, geht nicht. Das ist gerade der Witz bei der Versammlungsfreiheit, meine Güte. Ja, das ist ein gesellschaftlicher Konflikt, der hier gerade schwelt, sind die Corona-Reaktionen angemessen. Da hätte man dann eben die Zugänge zur Demo kontrollieren können. Oder beispielsweise hätte man ja auch einfach mal öffentlichkeitswirksam Menschen, die sich weigern, eine Maske zu tragen, aus der Demo rausziehen können. Das ist die Spezialität der Berliner Polizei, ist es ja aus Demos, Leute mit so Stoßtrupps rauszugreifen, die dann festzunehmen. Normalerweise sind die aber vermummt. Normalerweise sind die halt links. Aber auch tragende Maske. Und keine Nazis. Und tragende Maske. Das war jetzt was polemisch. Aber es ist genau dasselbe. Normalerweise werden sie halt zum Beispiel wegen Verstößen gegen das Vermummungsverbot oder wegen Flaschenwürfen oder so aus der Demo gezogen. Hier hätte man die Leute halt wegen Verstoßes gegen die Mund-Nasen-Bedeckung rausziehen können. Und damit endet ja das polizeiliche Repertoire nicht. Also da hätte man sie ja zum Beispiel auch mit einem Platzverweis belegen können. Da hätte man sagen können, okay, du jedenfalls verlässt jetzt mal das Gebiet des Landes Berlin. Ja, da setzt man die in die Wanne und fährt sie nach Brandenburg und tschüss. Ja, das passiert bei Polizeieinsätzen in Berlin regelmäßig. Und wieso das jetzt nicht möglich ist, ich will nicht sagen, dass das definitiv ging. Also dazu muss ich sagen, bin ich zu viel, zu wenig Polizeipraktiker. Aber man hätte in dieser Verbotsverfügung vielleicht erwartet, dass man sich damit genauer auseinandersetzt, ob jetzt wirklich gar nichts mehr geht. Außer dem Totalverbot. Und wie gesagt, wenn ich das Wort alternativ loslese, werde ich immer schon mal skeptisch. Auf der anderen Seite, ich glaube schon, man hätte ein sauberes Demoverbot hinbekommen können. Aber mit einer besseren Begründung. So, und dementsprechend, Philipp, hat sie jetzt auch gerumst im Karton. Heute Nachmittag um kurz vor zwei, glaube ich, kam die Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts Berlin. Nach dem Motto, der Verbotsbeschluss wird gekippt, wird aufgehoben. Die Demo ist nach dem Beschluss des Verwaltungsgerichts erlaubt. Zitat, es gebe keine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Aber ich glaube, auch dieser Bescheid und dieses Urteil, ist ein Urteil, ein Beschluss, ist, glaube ich, finde ich nicht ganz wasserdicht. Denn es werden in diesem Beschluss Auflagen gemacht, die diese Sicherheit wiederherstellen sollen, aber, glaube ich, etwas weltfremd sind. Also in der Pressemitteilung steht, so muss dieser, also der Veranstalter im Bühnenbereich Gitter zur Vermeidung einer Personenballung aufstellen. Und er muss mittels beständig wiederholter Durchsagen und unter Einsatz seiner Ordner sicherstellen, dass auch die übrigen Teilnehmer die Mindestabstände einhalten. Gitter im Bühnenbereich, wie soll das gehen? Also so aus der Massentierhaltung ein paar Saustelle, Cubicles da hinstellen, damit die Leute da auf Abstand gehalten werden. Also da kann ich mir nicht richtig vorstellen, wie das helfen soll, diesen Sicherheitsabstand herzustellen. Weiter heißt es, vielmehr habe der Anmelder unter anderem durch die Bereitstellung von 900 Ordnern und 100 Deeskalationsteams hinreichende Vorkehrungen dafür getroffen, entsprechend auf die Teilnehmer einzuwirken. Okay, was mich aber am meisten wundert ist, in dem Beschluss ist nicht von Maskenpflicht die Rede. Das finde ich am erstaunlichsten. Da wird ein Zitat, heißt es da, zwar müsse der Veranstalter einer Versammlung ein individuelles Schutz- und Hygienekonzept erstellen, das Tragen einer Nasen-Mund-Bedeckung sei indes nur erforderlichenfalls Teil eines solchen Konzepts. Mit anderen Worten, nach der Vorstellung des Verwaltungsgerichts ist eine Versammlung von fast 30.000 Leuten auch ohne Mund-Nasen-Schutz-Auflage denkbar. Und da muss ich sagen, habe ich etwas fragend auf meinen Laptop geschaut. Also das kann ich mir am besten wenig vorstellen. Also deswegen hat mich dieser Beschluss des Verwaltungsgerichts sehr gewundert. Philipp hat eben gerade schon vorgelesen, welche Auflagen das Gericht verhängt hat. Es verhängt aber keine Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, kann ich nicht so ganz nachempfinden. Und vor allem hat mich total gewundert, dass sie nicht auf die offensichtlichen Schwächen der Verbotsverfügung eingehen. Also insbesondere die Prüfung, ob denn wirklich überhaupt ein polizeilicher Notstand vorliegt. Also wie gesagt, ich fand diesen Beschluss jetzt auch nicht so super sportlich. Insofern ist ja auch noch nicht rechtskräftig. Genau, jetzt ist das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg am Zug. Schauen wir mal, die Polizeipräsidentin von Berlin, Barbara Slowik, hat schon angekündigt, dass man gegen diesen Beschluss in die Beschwerde gehen werde. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und unter welchen Voraussetzungen dann tatsächlich in Berlin Demos stattfinden können. Wir werden weiter über dieses Thema berichten. Dazu noch ein kurzer Lesehinweis. Wer so ein bisschen wissen will, wer eigentlich hinter diesen ganzen Corona-Anti-Corona-Maßnahmen, Demos, Aktivisten steckt, dem sei ein Text ans Herz gelegt, den wir verlinken. Haben die Kollegen von Korrektiv recherchiert, die doch ein interessantes Bild von einem bundesweiten Netzwerk von Corona-Skeptikern gemalt haben. Und da deutlich aufgezeigt haben, welche Vereine es gibt, wer wo dahinter steckt, welche Facebook-Gruppen, welche Sachen angeschoben haben. Durchaus lesenswert, wenn ihr mal wissen wollt, wer eigentlich diese ganze Szene organisiert. Ja, zu unserem nächsten Thema. Wir schauen noch einmal auf das Thema Datenschutz. Da gab es nämlich während unserer Sommerpause eine ganz spannende Entscheidung, die wir jetzt mal beleuchten wollen. Wir alle nutzen ja regelmäßig Computer und Handys. Und dabei werden alle möglichen personenbezogenen Daten verarbeitet. Und in Europa haben wir nun seit einigen Jahren die sogenannte Datenschutz-Grundverordnung. Und wir gehen im Prinzip davon aus, dass die dazu geführt hat, dass das Datenschutzniveau in Ordnung ist. Da kann man sich nicht hundertprozentig darauf verlassen, insbesondere weil Geheimdienste natürlich davon überhaupt nichts wissen wollen. Aber im Großen und Ganzen hoffen wir jedenfalls, dass die Datenschutz-Grundverordnung da Grenzen setzt, die für ein vernünftiges Datenschutzniveau sorgen. Ja, muss natürlich umgesetzt werden, aber jedenfalls die Vorgaben sind im Großen und Ganzen schon in Ordnung. Allerdings, heute funken die Programme, die wir so einsetzen, natürlich sehr häufig nach Hause. Das heißt, die nehmen Kontakt auf zu den Herstellern von Software zum Beispiel oder zu den Herstellern von Geräten. Und dieses Kontakt aufnehmen bedeutet normalerweise, sie funken in die Vereinigten Staaten. Sehr häufig. Und natürlich braucht es dafür eine rechtliche Grundlage. Welche Firmen dürfen wann irgendwelche Sachen von uns in den USA speichern, etc. Und nun ist es aber so, dass diese rechtliche Grundlage dafür vom Europäischen Gerichtshof vor einigen Wochen komplett gekippt und gestrichen wurde. Und nun hat also ein Datenschutz-Aktivist, Max Schrems, über 100 Beschwerden letzte Woche eingereicht in der ganzen EU. Kernforderung, Unternehmen aus der EU dürfen keine Daten mehr in die USA schicken, speichern, überweisen, transferieren, wie auch immer. Und das Ganze ist doch, kann man sich leicht vorstellen, ein erhebliches Erdbeben und betrifft einfach riesige Bereiche unseres Privatlebens, aber eigentlich auch die komplette Wirtschaft. Ja, weil natürlich alle Unternehmen irgendwie Software einsetzen und die eben typischerweise versucht, nach Hause zu telefonieren. Und ja, genau, dagegen kämpft Max Schrems. Und zwar nicht persönlich, sondern hat vor einigen Jahren eine Organisation gegründet. Neub heißt die, None of your business, mit Sitz in Wien. Ich habe die da auch schon mal besucht. Ist, wenn man so will, eine Schwesterorganisation der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und die hat diese über 100 Beschwerden jetzt eingereicht. Und zwar unter anderem auch bei der Landesdatenschutzbehörde Baden-Württemberg in Stuttgart. Und mit deren Chef wollen wir jetzt sprechen, nämlich mit Dr. Stefan Brink. Der ist Mitglied der FDP und Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg. Herzlich willkommen in der Lage der Nation, Stefan Brink. Hallo, ich freue mich auch. Herr Brink, was genau hat der Europäische Gerichtshof denn da konkret an Regelungen gekippt, und die darüber entscheiden, welche Daten in die USA unter welchen Bestimmungen von uns gehen? Der EuGH hat zweierlei gemacht. Er hat sich zum einen mit dem sogenannten EU-US-Privacy-Shield beschäftigt. Das war ein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission, der im Prinzip gesagt hat, man kann im Prinzip Daten von Europa in die USA transferieren. Wenn der, die Vertragspartner, die ich drüben habe, also die Dienstleister, Microsoft, Amazon oder sonst irgendjemand, diesem Abkommen Privacy-Shield beigetreten ist, dann geht das schon. Der Europäische Gerichtshof hat, was keine große Überraschung war, dieses Abkommen gekippt und hat gesagt, das ist ungültig, null und nichtig, weil das einfach unseren europäischen Datenschutzstandards nicht entspricht. Und er hat zum Zweiten sich die Frage gestellt, was man denn stattdessen nehmen könnte und hat sich zu den sogenannten Standardvertragsklauseln verhalten. Das sind Vereinbarungen, die deutsche und europäische Unternehmen mit US-amerikanischen Unternehmen als Vertrag schließen können und die dann ihrerseits ein bestimmtes Datenschutzniveau absichern sollen. Beide Entscheidungen sehr spannend und absolut gravierend von den Auswirkungen her. Und um welche Fälle geht denn das jetzt eigentlich in der Praxis? Also welche Datentransfers sind da betroffen? Kann man das ein bisschen auf einen Nenner bringen? Das ist sehr vielfältig. Also das Einfachste, woran man denken kann, ist, dass man einen US-Dienstleister hat, also zum Beispiel Microsoft, und bei dem Software-as-a-Service laufen lässt, also Windows 10 zum Beispiel laufen lässt. Das heißt, die eigenen Daten, die ich verarbeite über Word- oder Excel-Anwendungen, marschieren rüber in die USA, werden dort gespeichert, verarbeitet und von mir dann wieder abgerufen. Das ist ein einfacher Fall. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass ich bestimmte Cloud-Anbieter nutze. Amazon wäre da einer, die dann die Daten in den USA oder sonst wo auf der Welt speichern und verarbeiten. Aber es gibt eben auch Fälle, wo ich zum Beispiel einen einfachen Vertragspartner drüben in den USA sitzen habe und mit dem ein Geschäft abwickele, bei dem dann natürlich auch personenbezogene Daten aus Europa in die USA rüber marschieren. Und es gibt Fälle, wo europäische Unternehmen konzernangehörig sind, das heißt zum Beispiel eine Konzernmutter in den USA sitzen haben und die wollen natürlich auch mit Muttern telefonieren können. Und auch da werden natürlich Daten ausgetauscht. Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten für sogenannte Datentransfers in die USA. Und da hat der EuGH jetzt wirklich massiv den Riegel davor geschoben. Insofern ganz vielgestaltig, sehr komplex. Was heißt denn das jetzt in der Praxis? Also wenn es so viele Beispiele gibt und die wir ja auch alle kennen, wo Daten aus Europa in die USA wandern, wenn die Rechtsgrundlage dafür jetzt vom EuGH mehr oder weniger komplett gestrichen wurde, was heißt das in der Praxis? Das heißt für die Praxis zunächst mal, wir haben ein Schockerlebnis, das vielleicht ein bisschen dadurch abgemildert ist, dass wir dasselbe oder vergleichbare Schockerlebnis schon vor fünf Jahren hatten. Da war das Vorgängerabkommen zum Privacy Shield, nämlich die sogenannte Safe Harbor-Entscheidung der EU-Kommission, im Oktober 2015 auch schon vom Europäischen Gerichtshof für Null und Dichtig erklärt worden. Für die Praxis heißt das also, die meisten Unternehmen in Deutschland und Europa sind, was die Datentransfers und den Einsatz von US-Dienstleistern angeht, mit nicht nur einem Fuß, sondern mit beiden Füßen in der Illegalität gelandet. Und für die Praxis heißt das, wir suchen nach Umwegen, Auswegen, Mauselöchern, wie es doch noch funktionieren könnte. Nun hat ja Max Schrems, der Gründer ist für dieser NGO Neub und quasi die treibende Kraft hinter diesen beiden Verfahren gegen Safe Harbor und Privacy Shield, hat Max Schrems ja vor kurzem Beschwerden gegenüber 100 Unternehmen aus allen EU-Staaten eingereicht. Einige Beschwerden auch bei deutschen Datenschutzbehörden. Würden Sie denken, dass Max Schrems jetzt einen Punkt hat hier mit seinen Beschwerden? Na klar, das ist nicht nur ein Punkt, sondern das ist auch ein Treffer. Das ist sehr gut überlegt, wie er das macht. Max Schrems hat ohne jeden Zweifel die Datenschutzdebatte massiv befördert. Er steckte schon im Wesentlichen hinter der ersten Safe Harbor-Entscheidung. Er hat jetzt diese Privacy Shield-Entscheidung provoziert, indem er sich mit der irischen Datenschutzaussichtsbehörde angelegt hat und dafür gesorgt hat, dass die irischen Gerichte das dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt haben. Und jetzt steuert er nach, indem er die Ergebnisse der EuGH-Entscheidung so schnell wie möglich umgesetzt sehen möchte und hat über 100 Beschwerden auf europäische Aufsichtsbehörden verteilt. Wir sind in Baden-Württemberg auch Gewinner. Wir haben auch ein oder zwei Beschwerden bekommen, die wir jetzt dementsprechend abarbeiten müssen. Also wir haben ja Max Schrems vor der Sendung auch gefragt, was er denn jetzt so erwartet von den Datenschutzbehörden. Und er sagt, er sieht schon ein, dass ein Monat nach dieser Entscheidung, da wahrscheinlich viele noch auf der Suche sind und da jetzt ultimative, abschließende Entscheidungen noch nicht getroffen sind. Aber, sagt er? Ich glaube, die Behörden werden halt sozusagen Schritt für Schritt Zeichen setzen müssen. Eben zum Beispiel, indem sie halt zum Beispiel massenhaft mal Abmahnungen machen. Das muss ja nicht auch in der DSGVO immer gleich eine Strafe sein. Aber wenn es Unternehmen sind wie jetzt Google oder Microsoft oder Facebook, die öffentlich in ihren Blogs reinschreiben, das gilt alles nicht, das stimmt alles nicht und wir tun es absichtlich anders, dann wird wahrscheinlich um eine Strafe nicht wahnsinnig viel herumführen. Also sprich, werden Sie da jetzt Strafen verhängen? Also Max Schrems hat schon recht, indem er sagt, es gibt tatsächlich US-Dienstleister, die einfach weitermachen wollen. Für die meisten, die ich jetzt kennengelernt habe, gilt das allerdings nicht. Die haben schon gesehen, dass der EuGH eine relevante Entscheidung getroffen hat und die suchen nach Reaktionsmöglichkeiten. Interessant ist die Frage, wann wir reagieren müssen als Aufsichtsbehörden. Der Europäische Gerichtshof hat ganz deutlich gemacht, dass er seine Entscheidung sofort umgesetzt haben möchte. Also jetzt mal ein Moratorium zu verkünden oder zu sagen, wir machen jetzt mal sechs Monate gar nichts und denken mal intensiv darüber nach, wie man auf die schwierige Situation reagiert, das ist nicht drin. Also aus meiner Sicht, die Aufsichtsbehörden werden sofort reagieren müssen. Sie werden den Beschwerden nachgehen, also die Beschwerdegegner, das sind Unternehmen, die auf US-Dienstleister nach wie vor setzen. Wir werden auf die zugehen, werden denen sagen, hier, wir haben eine Beschwerde, ihr habt ja eure Geheilentscheidung mitbekommen, da ist ganz offensichtlich ein Problem. Macht uns mal Angaben darüber, wie ihr dieses Problem löst. Und genau da sind wir dabei. Ja, aber wie soll denn dieses Problem sich jetzt überhaupt lösen lassen, wenn sogar Word und Windows ständig nach Hause funken und die meisten Unternehmen ja jedenfalls das Gefühl haben, dass es ohne diese Software nicht geht? Also was sind da so Ansätze, um dieses Problem zu lösen? Es ist ganz eindeutig, dass die Entscheidung uns vor massive Probleme stellt und es ist auch eindeutig, dass eine einfache Lösung nicht zu finden ist. Da setzt auch meine Kritik am Europäischen Gerichtshof an, weil ich meine, das ist für viele Unternehmen und auch für Aufsichtsbehörden eine Überforderung, die der Europäische Gerichtshof hervorruft. Richtig ist zunächst mal, dass wir bei diesen Datentransfers in die USA extrem vorsichtig sein müssen, weil die USA datenschutzrechtlich anders ticken als wir und nicht dieselben Standards haben. Das ist aber eine Fragestellung, wo ich, und das wäre mein erster Lösungsansatz, sagen würde, lass das die Regierung mal auf die Reihe kriegen. In dem Fall wären es nicht nur die europäischen nationalen Regierungen, sondern auch die EU-Kommission, die müssen halt mit den USA reden, unter welchen Bedingungen in den USA Daten verarbeitet werden. Sie müssen darauf bestehen, dass wir in Europa hohe Datenschutzstandards haben, dass wir die nicht dadurch unterlaufen wollen, dass US-Dienstleister eingesetzt werden. Und da muss auf Regierungsebene ein neues Abkommen her. Jetzt wird man sagen, der Zeitpunkt ist nicht ganz günstig gewählt. In den USA gibt es schon seit einigen Jahren nur wenig Ansprechpartner für solche Themen und jetzt im Wahlkampf noch weniger. Trotzdem, gerade weil es keine Übergangsfrist gibt für die EuGH-Entscheidung, müssen jetzt Lösungen her. Das heißt, jetzt müssen die EU-Kommission und die USA sich an einen Tisch setzen und beratschlagen, wie man das Thema vom Tisch kriegt. Max Schrems hat ja auch Vorschlag gemacht. Und der will die Unternehmen da nicht völlig außer Verantwortung lassen und hat recht konkrete Vorstellungen, was Unternehmen tun können, um auch nach dieser Entscheidung datenschutzkonform arbeiten zu können. Und das klingt bei ihm so. Konkrete Schritte. Ich würde jetzt das Unternehmen mal vor allem mir anschauen, welche Datenflüsse habe ich in den USA, welche davon sind wirklich notwendig. Das kann ja oft auch ein Anlassfall sein, sich zu überlegen, brauche ich eigentlich die und die Google oder Facebook oder Microsoft oder was weiß ich, Funktion genau. Ist das ein Weg, dass man auch Datenflüsse überprüft und abschneidet? Na klar. Das ist genau der richtige Vorschlag. Das ist auch das, was wir von den Unternehmen jetzt verlangen. Sie sollen erst mal rausbekommen, wo haben wir überhaupt diese Datentransfers. Viele machen sich überhaupt keine Gedanken über das Thema. Die denken, ja, ich setze halt ein Produkt ein, das ist auf dem Markt, das ist frei verkäuflich. Also, was weiß ich, Windows 10, das wird schon gehen. Sonst wäre es ja wohl verboten. Und machen sich gar nicht klar, dass da Daten um den ganzen Erdball geschickt werden. Also, erstens müssen die Unternehmen für Transparenz sorgen. Wo finden diese Datentransfers statt? Und der zweite wichtige Schritt ist auch angesprochen von Max Schrems. Wir müssen gucken, die Unternehmen erst mal selbst gucken, gibt es möglicherweise Alternativen dazu? Ja, also kann ich zum Beispiel, indem ich von einem US-Dienstleister auf einen europäischen Dienstleister umsattle, diese Transferproblematik in den Griff kriegen? Oder ist ja auch durchaus möglich, dass die US-Dienstleister sich an die Nase packen und sagen, oh, verdammt, wir verlieren gerade den europäischen Markt durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und durch dieses starke europäische Datenschutzstandard. Lasst uns doch mal schauen, ob wir nicht zum Beispiel unseren Vertragspartnern zusichern können, dass die Datenverarbeitung zukünftig nur noch innerhalb von Europa stattfindet. Also, dass es zu solchen Datentransfers in die USA gar nicht kommen muss, obwohl wir US-Dienstleister sind. Ja, Max Schrems möchte allerdings auch die Vereinigten Staaten nicht so ohne weiteres vom Haken lassen. Er ist nämlich sehr skeptisch, was wir da in Europa leisten können und verlangt eigentlich Änderungen in den USA. Ich glaube, lösen können wir das Problem auf europäischer Seite fast gar nicht. Wir können eigentlich nur Druck auf US-Unternehmen ausüben, dass die intern sozusagen probieren, ihre europäischen und amerikanischen Teile ein bisschen zu trennen und halt die Daten von Europäern dann in der EU zu belassen und auch sicherzustellen, dass kein Zugriff aus den USA möglich ist. Sehen Sie da Möglichkeiten, so einen Druck auszuüben? Passiert das schon in der Praxis? Theoretisch ja. Das ist auch übrigens genau das Dominospiel, das der Europäische Gerichtshof spielt. Insofern eine witzige Parallele, EuGH und Max Schrems. Die Überlegung ist, wir als Aufsichtsbehörden gehen auf die deutschen und europäischen Unternehmen zu, versuchen diese Datentransfers abzustellen. Daraufhin üben die deutschen und europäischen Unternehmen Druck auf die US-Dienstleister aus. Die US-Dienstleister üben daraufhin Druck auf die US-Regierung aus. Und am Ende sagt sich die US-Regierung, na, möglicherweise haben wir mit unseren Sicherheitsgesetzen ja etwas übertrieben, dann mildern wir die doch mal ab. Theoretisch ein durchaus rationaler Ansatz, praktisch glaube ich, aber führt das komplett in die Irre, das wird so nicht funktionieren. Das würde ja bedeuten, dass wir zunächst mal hier unseren deutschen und europäischen Unternehmen Schaden zu fügen, indem wir ihnen ihre Geschäftsmodelle massiv einschränken. Und dass wir dann über den Druck über US-Firmen an die US-Regierung rankommen, das scheint mir doch eher ein theoretischer Ansatz zu sein. Also sind Sie auch skeptisch, insbesondere was die Rücknahme oder Begrenzung jedenfalls von Überwachungsgesetzen angeht? Also es gibt ja beispielsweise seit einigen Jahren den Cloud Act, der es ausdrücklich amerikanischen Sicherheitsbehörden erlaubt, auf Daten zuzugreifen, die amerikanische Unternehmen im Ausland gespeichert haben. Ich glaube, im konkreten Fall ging es um Daten, die Microsoft in Irland gespeichert hatte. Das ist bis zum Supreme Court hochgegangen, der Streit, ob Microsoft tatsächlich auf einen richterlichen Beschluss in den USA hin diese Daten ans FBI übergeben muss. Und dieses Verfahren ist dann im Grunde dadurch seines Gegenstands beraubt worden, dass die Vereinigten Staaten ein Gesetz erlassen haben, eben diesen Cloud Act, das ausdrücklich vorsieht, dass amerikanische Unternehmen eben Daten, die sie auf der ganzen Welt gespeichert haben, herausgeben müssen. Sehen Sie da keine Chance, dass die Vereinigten Staaten, wie soll ich sagen, diese weite Überschreitung ihres eigenen Staatsgebiets auch wieder zurückschrauben? Das ist jetzt tatsächlich eher eine politische Einschätzung. Ich würde durchaus ja dem Europäischen Gerichtshof zustimmen. Und das, was in den USA an Überwachung stattfindet, ist gemessen an unseren europäischen Maßstäben absolut unverhältnismäßig und geht viel zu weit, insbesondere gegenüber Nicht-US-Bürgern. Also wir als EU-Bürger zum Beispiel haben in den USA, was Überwachung angeht, einen extrem schlechten Stand und können uns noch nicht mal ordentlich vor US-amerikanischen Gerichten gegen diese staatliche Überwachung der USA beschweren. Das sind nach unseren Maßstäben gemessen unzumutbare, unhaltbare Zustände. Und genau daran knüpft der Europäische Gerichtshof ja auch seinen Verdikt an, die Datentransfers zuzumachen, soweit das geht. Die Frage ist nur, wie kriegen wir die USA dazu, ihre Sicherheitsgesetze zurückzuschrauben? Und da, glaube ich, ist jedenfalls der Ansatz, das über Druck von Seiten der Industrie irgendwie hinzubekommen, ist schlicht eine Überforderung der Player. Der Cloud Act, den Sie ansprechen, der ist noch mal besonders fies in dem Kontext. Wenn man nämlich denkt, dass sich die US-Anbieter bewegen und sagen, okay, wir verlagern unsere Datenverarbeitung nach Europa in die EU, könnte man meinen, dass die Transferproblematik damit gelöst wäre. Nein, ist es nicht. Weil die USA so massiv und wirklich weitgehend sind in ihren Überwachungsvorgaben, dass sie sogar Daten sich vorlegen lassen von US-Unternehmen, die außerhalb der USA verarbeitet werden. Und damit sind auch Angebote, die US-Dienstleister aus der EU heraus an europäische Unternehmen machen, nicht gesichert. Weil US-Behörden jederzeit auch diese US-Dienstleister ansprechen können und sagen können, ihr habt die Daten zwar in Europa oder in Asien oder sonst wo gelagert, aber ich will da jetzt reinschauen. Das führt zu einer letzten Frage, weil alle großen US-Unternehmen in Europa haben ja ihre Sitze in der Regel in Irland. Insofern ist die irische Datenschutzbehörde dafür zuständig. Und die ist bekanntermaßen extrem lax und übt wenig bis keinen Druck auf diese Unternehmen aus. Welchen Einfluss haben Sie denn als Datenschützer, haben deutsche Datenschützer überhaupt angesichts dieser nach wie vor sehr laxen Herangehensweise der irischen Datenschutzbehörde? Ja, es ist richtig. Wir haben in Europa zwar ein sehr gutes neues Gesetz, die Datenschutzgrundverordnung, aber wir haben ein offensichtliches Vollzugsproblem, das unter anderem darin besteht, dass bestimmte Aufsichtsbehörden, das betrifft nicht nur Irland, das ist bei Luxemburg zum Beispiel ähnlich oder in Polen, dass Aufsichtsbehörden dieses Recht nicht umsetzen. Und... Kann man die nicht dazu zwingen irgendwie, wenn die das Recht nicht umsetzen? Doch, könnte man eigentlich schon. Das sieht die Datenschutzgrundverordnung auch ausdrücklich ein Prozedere dafür vor, das sogenannte Kohärenzverfahren. Da können wir, wenn sich die europäischen Datenschutzaufsichtsbehörden zusammentun, können wir per Mehrheitsbeschluss einzelne Aufsichtsbehörden auffordern, tätig zu werden. Problem dabei ist, wir brauchen einen Mehrheitsbeschluss dafür. Und die wenigsten europäischen Aufsichtsbehörden sind bereit, sich dieser Mehrheit der anderen zu beugen. Es gibt ein klares Gefälle zwischen großen und kleinen Aufsichtsbehörden in Europa. Und die kleinen Aufsichtsbehörden sind in der Mehrheit, wollen sich aber von den großen Aufsichtsbehörden jetzt auch nicht gängeln oder vorführen lassen. Und das schützt im Ergebnis Irland. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation, Stefan Brink, der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg. Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Sehr gerne. Also es klingt erst mal ein bisschen trocken, aber letztlich ist das Wahlrecht eines der fundamentalsten Rechte, die wir in Deutschland so haben. Es regelt einfach, wie wählen wir? Nach welchen Regeln wählen wir? Wer kommt eigentlich in den Bundestag? Genau, das ist, wenn man so will, die Spielregel für die repräsentative Demokratie. Wir haben ja eben in Deutschland nur in ganz engen Grenzen Volksabstimmungen. Normalerweise bildet das Volk seinen Willen in Kommunalparlamenten, in Landesparlamenten und natürlich vor allem im Bundestag auf Bundesebene. Und deswegen ist es eine ganz zentrale Frage, wie wird eigentlich aus Stimmen, die wir abgeben bei der Bundestagswahl, letztlich der Bundestag zusammengesetzt? Das Problem ist heute schon, dass das ziemlich kompliziert ist und die wenigsten glaube ich wirklich verstehen. Aber jetzt ist es halt auch noch so, dass wir ein ganz konkretes Problem haben. Das Ergebnis dieses aktuellen Wahlrechts und der Modifikation, die so gemacht werden, ist nämlich, dass der Bundestag zu groß ist. Jedenfalls sagen das viele. Das ist, sagen wir mal so, es gibt da keine Obergrenze oder so. Aber viele sagen, eigentlich sollen es 598 Sitze sein, also Menschen, die dort im Bundestag uns vertreten. Derzeit sind es 709, also mehr als 100 Leute mehr. Das ist eigentlich schon seit sieben Jahren bekannt, dass das ein Problem ist. Und seit sieben Jahren gibt es eine Diskussion darüber, dass das Wahlrecht so geändert werden sollte, müsste, dass wir wieder näher an dieser allgemein akzeptierten Größe von plus minus 600 Leuten sind, damit der Bundestag seine Arbeit am besten machen kann. Und das Problem war, sieben Jahre wurde diskutiert, nichts ist passiert und nun steht halt im nächsten Jahr eine Bundestagswahl an. Ups. Ja, völlig überraschend, ist 2021. Okay, aber wenn wir da jetzt so wählen, wie wir bisher immer gewählt haben, dann wird der Bundestag wahrscheinlich noch größer, als er ohnehin schon ist. Und nun war also die Not groß, wenigstens sich auf irgendeine Regelung zu einigen, die das Desaster wenigstens einigermaßen im Griff behält. Und da hat sich diese Woche der sogenannte Koalitionsausschuss getroffen, also die Spitzen der Koalitionsfraktionen und hat einen Kompromiss gefunden, der leider schlecht ist. Ja, also ich denke, damit das verständlich wird, wo das Problem liegt, müssen wir noch mal kurz uns den Hintergrund anschauen, warum denn eigentlich der Bundestag derzeit so viel größer ist, als seine gesetzliche Normalstärke wäre. Und der Hintergrund sind die sogenannten Überhang- und Ausgleichsmandate. Bei der Bundestagswahl hat ja jede Wählerin und jeder Wähler zwei Stimmen, die Erststimme und die Zweitstimme. Und die Stärke der Parteien im Parlament, also die Stärke der Fraktionen, soll eigentlich nur die sogenannte Zweitstimme bestimmen. Und zwar in einem quasi proportionalen Verfahren, sollen die Mandate verteilt werden auf die Parteien nach Maßgabe dieser Zweitstimmen. Allerdings ist es so, dass die Hälfte der Mandate, 299 an der Zahl, vorab über die sogenannte Erststimme vergeben werden. Und bei der Erststimme ist es so, dass das Mandat die Person bekommt, die im Wahlkreis die meisten Stimmen bekommen hat. Das ist so ein klassisches Winner-takes-it-all. Das heißt also, man bestimmt zunächst mal bei der Auszählung der Bundestagswahl die Siegerinnen und Sieger in den 299 Wahlkreisen. Da hat man 299 Leute, die über die Erststimme direkt ein Mandat gewonnen haben. Auf jeden Fall im Bundestag einziehen. Die sind auf jeden Fall schon mal drin. Da will auch keiner ran. Und dann nimmt man die Zweitstimmen, zählt die auch aus, guckt, wie viel Prozent hat jede Partei und berechnet dann, wie viele Mandate sind das. Es ist ein bisschen komplizierter, weil noch Landeslisten ins Spiel kommen. Aber vereinfacht gesagt kann man sagen, nimmt man halt die 598 Mandate, schaut dann, wie viel Prozent hat eine Partei. Und da kommt dann eine bestimmte Stärke der Fraktion dieser Partei im Bundestag raus. Und gedacht war das ursprünglich mal so, dass man von der Zahl der Mandate, nehmen wir mal für die CDU zum Beispiel 250 nach Zweitstimmen, dass man davon dann die Direktmandate abzieht, die diese Partei schon gewonnen hat von diesen 299 Wahlkreisen. Und der Rest wird dann aufgefüllt über die sogenannten Landeslisten. Also erst die Erststimmen-Gewinner, Direktmandate und dann bleibt noch eine kleine Lücke bis zu der Zahl der Mandate, die der Partei insgesamt zustehen, nach Maßgabe der Zweitstimmen. Und diese Lücke wird gefüllt über die sogenannten Landeslisten. Landeslisten sind Listen, die quasi jeder Landesverband einer Partei in einem Bundesland aufstellt. Die wichtigsten Leute werden an die erste Stelle gewählt vom Parteitag, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die dann in den Bundestag auch noch einziehen, mit am höchsten ist. Genau, also das ist die Idee. Erststimmen werden ausgezählt, man guckt, wie viele Direktmandate, dann berechnet man die Zahl der Mandate, die der Parteien nach Zweitstimmen zustehen. Dann kommen die Leute über die Erststimmen rein und die Lücke wird über die Listen gefüllt. Das war jahrzehntelang Praxis, hat auch wunderbar funktioniert. Aber das Problem ist, dass sich die Mandate in letzter Zeit immer gleichmäßiger auf die Parteien verteilen. Das hat früher wunderbar funktioniert, wie wir es gerade beschrieben haben. Solange es zwei riesengroße Parteien gab, die auch nach den Zweitstimmen 30, 40 Prozent gewonnen haben. Und riesige Anzahl von Mandaten im Bundestag hatten. Und dann hatten sie aber nie so viele Direktkandidaten, dass sie wesentlich mehr Direktkandidaten hatten, als sie Plätze nach Zweitstimmen im Parlament hatten. Ganz genau, das hat früher immer wunderbar geklappt. Sie hatten mehr Plätze nach Zweitstimmen, als schon über die Erststimmen weg waren. Und damit gab es kein Problem. Das Problem ist jetzt aufgetreten, seit die Stimmen sich wesentlich gleichmäßiger auf die Parteien verteilen. Wir im Grunde keine großen Volksparteien mehr haben, wenn überhaupt noch die Union. Und deswegen ist es inzwischen so, dass insbesondere die Union mehr Mandate gewinnt über die Direktstimmen. Denn die Union als stärkste Partei in Deutschland gewinnt nämlich nach diesem Winner-takes-it-all-Prinzip nahezu alle Direktkandidaturen. Also nahezu alle Wahlkreise gewinnt die Union direkt. Ein paar Ausnahmen. Aber jedenfalls weit über 200 Mandate gehen direkt an die Union, alleine über die Erststimmen. Das ist also der Kandidat, den ihr mit der Erststimme in eurem Wahlkreis wählt. Oder die Kandidatin. Und damit hat die Union schon allein nach den Erststimmen bei den letzten Bundestagswahlen immer deutlich mehr Leute in den Bundestag geschickt, als sie nach dem Zweitstimmen-Ergebnis eigentlich zustehen würden. Und dann, wenn man das so durchziehen würde, dann hätte man diese sogenannten Überhangmandate. Also mehr Leute ziehen über die Erststimmen ein, als der Partei nach der Zweitstimme eigentlich zustehen würden. Das sind die sogenannten Überhangmandate. Das hat man auch ein paar Jahre bei ein paar Bundestagswahlen so laufen lassen. Da hat man diese sogenannten Überhangmandate nicht ausgeglichen. Das Problem bei diesen Überhangmandaten ist allerdings, dass das die Wahlrechtsgleichheit beeinträchtigt. Also das Bundesverfassungsgericht hat da insbesondere zwei Gleichheitsgrundsätze aufgestellt für Wahlen. Zum einen muss es die sogenannte Zählwertgleichheit geben. Also jede Stimme muss erst mal gleich viel zählen, um in das Ergebnis einzugehen der Wahl. Und das Zweite ist auch die sogenannte Erfolgswertgleichheit. Das heißt also jede Stimme, die man abgibt, muss gleichermaßen Einfluss nehmen auf die Zusammensetzung des Bundestages und damit auf die Repräsentation im Parlament. Und das Problem ist halt bei diesen sogenannten Überhangmandaten, dass die Union mit einem Mal pro Mandat im Bundestag, also insbesondere die Union hat auch mal die SPD betroffen, aber normalerweise vor allem die Union, für ein Mandat im Bundestag weniger Stimmen braucht, weniger Zweitstimmen braucht als alle anderen Parteien. Und damit sind die Zweitstimmen von UnionswählerInnen mit einem Mal rechnerisch mehr wert gewesen als die Stimmen für andere Parteien. Durch diese sogenannten Überhangmandate. Deswegen hat man dann irgendwann gesagt, okay, wir müssen einfach die Überhangmandate ausgleichen, sodass dann unterm Strich wieder der Bundestag sich ausschließlich so zusammensetzt, wie es die Zweitstimmen angeht. Vom Proporz her. Vom Proporz her. Und dazu hat man sich einfach, also das Bundesverfassungsgericht war gar nicht ganz so streng. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nicht alle Überhangmandate müssen ausgeglichen werden, sondern nur dann, wenn der Unterschied im Zählwert der Stimmen zu groß wird. Und da hat das Bundesverfassungsgericht 2012 mal entschieden, also eine halbe Mindestfraktionsstärke ohne Ausgleich wäre schon okay. Das heißt, so roundabout 15 Überhangmandate wären schon in Ordnung, sagt das Bundesverfassungsgericht. Aber der Bundestag hat beim gegenwärtig geltenden Wahlrecht da quasi genauer hingeguckt. Und die haben gesagt, wir gleichen einfach alle Überhangmandate aus. Und das geht folgendermaßen, ganz einfach, wenn nach den Zweitstimmen der Union nicht genügend Leute zustehen, dann muss man eben einfach den Bundestag so lange vergrößern, bis es nach den Zweitstimmen wieder hinkommt, dass ihr quasi genauso viele Mandate zustehen, wie sie eh schon gewonnen hat. Sodass sie keine Überhangmandate hat sozusagen. Genau, da hat sie dann keine Überhangmandate mehr. Und deswegen vergrößert man dann den Bundestag eben von 598 auf in diesem Fall 709. Dann hat die Union rechnerisch nach Zweitstimmen genauso viele Leute, wie sie eh schon gewonnen hat. Nur das führt natürlich auch dazu, dass alle anderen Parteien dann ein paar mehr Mandate bekommen, als wenn es 598 wären. Die sie dann aber über ihre Liste natürlich auffüllen können. Und so ist es dann dazu gekommen, dass wir eben 709 Menschen im Bundestag haben. Genau, und das sind also in diesem Fall nach Wikipedia 65 Ausgleichsmandate im gegenwärtigen Bundestag. Und zwar über alle Fraktionen verteilt. Jeweils zehn für Grüne und Linke, elf für die AfD, 15 für die FDP und 19 für die SPD. Und mit diesen Überhangmandaten und den Ausgleichsmandaten für die anderen kommt dieser riesen Bundestag zustande. Aber immerhin haben wir dadurch sichergestellt, dass die Zählwertgleichheit ideal sichergestellt ist. Alle Stimmen sind gleich viel wert, also insbesondere alle Zweitstimmen. Demokratik haben wir gesagt, Bundestag ist aufgebläht, gibt eine große Bürokratie. Kosten würde ich immer sagen, ja, Demokratie kostet halt Geld. Aber Große Bundestag hat vielleicht auch Vorteile, dass viele Menschen dort vertreten sind und auch viele Kreise vertreten sind und Ansichten vertreten sind und so. Aber wenn er jetzt noch größer werden würde, glaube ich, da sind sich eigentlich alle einig, das ist ungünstig und das funktioniert dann einfach irgendwann auch nicht mehr. Und es lagen einfach jahrelang und sehr früh schon Lösungen ja auf dem Tisch, speziell von Linken, Grünen und auch AfD, glaube ich, hat einen relativ akzeptierten Vorschlag gemacht, wie das denn reduziert werden könnte. Genau, also eine ganz einfache Lösung oder andersrum, das Problem entsteht ja vor allem dadurch, dass es vergleichsweise wenig Mandate im Bundestag gibt zur Zahl der Wahlkreise. Weil eben die Hälfte bislang direkt vergeben wird, tritt das Problem mit den Überhang, die Hälfte der Mandate über die Direktstimme oder die Erststimme vergeben wird, tritt ja das Problem der Überhangmandate überhaupt nur auf. Wenn jetzt die Zahl der Wahlkreise verringert würde und vielleicht nur 30 oder 40 Prozent der Mandate direkt vergeben würden, 60 Prozent über die Listen aufgefüllt würden, dann würde es normalerweise keine oder kaum Überhangmandate geben, so ließe sich das Problem elegant lösen. Da müsste man sagen, also statt 299 Wahlkreise haben wir halt 200. Oder 250, das würde auch schon reichen, dass man einfach die Zahl der Wahlkreise massiv eindampft, dann hat man 60 bis 65 Prozent der Mandate, die über die Listen vergeben werden und das müsste dann normalerweise passen. Da kann man natürlich alle möglichen mathematischen Berechnungen anstellen, wie stark man die Zahl der Wahlkreise verringern müsste. Aber eine solche Lösung war jedenfalls im gegenwärtigen Bundestag nicht durchsetzbar. Ganz einfach deswegen, weil zurzeit die Union so gut wie alle Direktmandate gewinnt. Also insbesondere, soweit ich das weiß, alle in Bayern. Und deswegen sagt die CSU, wir haben natürlich überhaupt gar kein Interesse daran, dass die Wahlkreiszahl gesenkt wird, die Wahlkreise vergrößert werden, weil wir dann halt einfach ganz klar nahezu alle diese Direktmandate verlieren würden, die da eben jetzt gestrichen werden. Argument ist natürlich auch, was Sie zumindest anführen, ist, je größer die Wahlkreise, desto geringer der Kontakt der Abgeordneten zu den Menschen in diesen Wahlkreisen. Also müssten halt größere Flächen versorgt werden, mehr Menschen Kontakt und so. Und der Kontakt wäre geringer. Das ist ein Argument, was da auch angeführt wird. Genau, das ist mit Sicherheit auch richtig. Natürlich würde dann, wenn man statt 299 zum Beispiel 250 Wahlkreise hätte, natürlich würden dann ein paar Zehntausend Menschen pro Wahlkreis mehr auf einen Abgeordneten entfallen. Aber das war nicht durchsetzbar. Jetzt hat man debattiert und hin und her und hin und her. Und nun steht also die Wahl nächstes Jahr an und das Recht muss auch noch geändert werden. Und man ist jetzt, glaube ich, dazu gekommen zu sagen, also um Wahlkreise zu verringern und Wahlkreise ja auch neu zu zeichnen, ist die Zeit abgelaufen. Das ist einfach zu spät, das funktioniert nicht mehr. Und trotzdem wollte man irgendwie verhindern, dass der Bundestag explodiert nach der nächsten Wahl. Also hat sich der Koalitionsausschuss jetzt hingesetzt und so eine Art Kompromiss geschmiedet. Was steht drin? Ja, es ist im Grunde eine Lösung in zwei Schritten vorgesehen. Für die Bundestagswahl 2021 sollen so Minimalkorrekturen vorgenommen werden. Und zwar sollen zum einen Überhangmandate dadurch vermieden werden, dass überschüssige Direktmandate in einem Land mit Listenplätzen in einem anderen Land verrechnet werden können. Ja, also wenn zum Beispiel die CSU in Bayern sämtliche Direktmandate gewinnt, aber nur, I don't know, 45 Prozent der Zweitstimmen bekommt, dann entstehen extrem viele Überhangmandate in Bayern. Und die Idee ist dann, wenn die Union vielleicht in Nordrhein-Westfalen deutlich weniger Direktmandate erringt, weil da die SPD stärker ist oder hier und da vielleicht auch die Grünen, dann könnte man die Überhangmandate aus Bayern mit Listenplätzen aus Nordrhein-Westfalen verrechnen und auf diese Art und Weise Überhangmandate vermeiden. Das ist so ein bisschen die Idee. Das dürfte aber ... Also die Idee ist so ein bisschen, dass Listenplätze in anderen Ländern ja noch theoretisch ziehen könnten. Aber ich habe das auch nicht so ganz verstanden, denn jedenfalls bei der letzten Bundestagswahl war es ja so, dass die Union so gut wie gar keine Plätze mehr über Liste besetzt hat. Oder gar keine Listenplätze besetzen konnte. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht so ganz, wie das funktionieren soll. Ja. Also ich habe das nicht wirklich verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also oder andersrum. Wahrscheinlich funktioniert das nur dann, das habe ich jetzt aber auch nicht nachgeguckt, wahrscheinlich funktioniert das nur dann, wenn die Berechnung im Detail so ein kleines bisschen komplizierter ist, weil eben das jeweils nach Ländern berechnet wird. Das heißt, wir haben ja eben so getan, als gäbe es einen großen Pool von Bundestagsmandaten, die dann verteilt werden. In Wirklichkeit ist es aber so, dass die 598 Plätze zunächst mal auf die Länder verteilt werden und dann jeweils landesweise geguckt wird, wie viele Direktmandate sind gewonnen und wie viele Mandate werden noch über Listen verteilt. Okay, also dieser Proporz wird erst auf Landesebene hergestellt und dann auf den Bundestag übertragen. Genau, so scheint es wohl zu sein. Und das möchte man jetzt teilweise durchbrechen, indem man halt sagt, na ja, also Überhangmandate aus Bayern könnten mit freien Listenplätzen zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen verrechnet werden. Und auf diese Art und Weise würden Überhangmandate vermieden. Das ist, finde ich, erst mal, klingt erst mal nach einem pragmatischen Ansatz. Allerdings hatte man ein ähnliches Verrechnungsmodell vor einigen Jahren schon mal, was dann aber zu diesem Phänomen des sogenannten negativen Stimmgewichts führte, was also dann 2012 das Bundesverfassungsgericht gekippt hat. Da gab es also tatsächlich die Situation, dass eine Stimme für eine Partei in einem Bundesland dazu führte, dass die Partei unterm Strich weniger Mandate im Bundestag hatte. Also wir gehen jetzt mal nicht auf die konkreten rechnerischen Gründe ein. Das war total weird. Und ehrlich gesagt muss man, und das war schlicht verfassungswidrig, das kann nicht sein, ich wähle eine Partei und schadete damit. Und ich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass tatsächlich so eine, so also bizarre Phänomene wie ein negatives Stimmgewicht wieder eintreten könnten, wenn man mit einem Mal quasi Überhangmandate verrechnet mit freien Listenplätzen aus anderen Bundesländern. Da könnte es zum Beispiel auch zu Verletzungen der Zellwertgleichheit kommen oder der Erfolgswertgleichheit kommen, wenn dann mit einmal Stimmen aus Bayern Effekte haben in Nordrhein-Westfalen. Also wie gesagt, dafür bin ich nicht quasi intimer Wahlrechtskenner. Das ist mathematisch auch teilweise sehr kompliziert zu modellieren. Aber ich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass das einfach zu Seiteneffekten führt, mit denen man nicht gerechnet hat. Ob das so eine coole Idee ist, I don't know. Das ist der eine. Das ist das eine. Das ist die Verrechnung. Und dann soll aber auch nicht jedes Überhangmandat wieder ausgeglichen werden. Genau, das ist der zweite Teil. Und der ist im Grunde einfach und auch jedenfalls verfassungsrechtlich unproblematisch. Nämlich, dass man einfach sagt, die ersten drei Überhangmandate werden nicht ausgeglichen. Das heißt, es ist also in Ordnung, wenn eine Partei drei Mandate im Bundestag mehr hat, als ihr nach zwei Stimmen zustehen würden. Da muss man deutlich sagen, hat das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich gebilligt 2012. Das ist zwar unfair, weil es damit wiederum für diese Partei, was in der Praxis die Union sein wird, leichter wird, Mandate im Bundestag zu erregen, als für alle anderen Parteien. Aber diese leichte Ungleichheit beim Erfolgswert der Stimmen hat das Bundesverfassungsgericht gebilligt. Und wenn die SPD da mitmacht, dann kann man wohl nicht mehr viel machen. Also die Union wollte wohl sieben Überhangmandate haben, die nicht ausgeglichen werden. Surprise. Die wollte wohl null. Null plus sieben durch zwei sind drei. Komma irgendwas. Also sind wir bei drei. Also sind wir bei drei. Ja, das ist so ein bisschen wie auf dem Bazar. Wir ramschen mal so lange, bis es irgendwie aussieht. Also das sind die beiden Entscheidungen. Das eine ist dieses Verrechnungsmodell. Möglicherweise heikel. Würde mich total interessieren, wenn jetzt Wahlrechtsexperten zuhören oder Expertinnen, ob sie das teilen, diese Sorge, das mit der Nichtverrechnung der Überhangmandate ist verfassungsrechtlich unproblematisch. Es hat politisch problematisch, wenn es damit für große Parteien leichter wird, Mandate zu erringen, als für kleine Parteien. Aber das ist quasi die Ad-Hoc-Lösung für die nächste Wahl, die die GroKo so gerade noch auf die Beine gestellt hat. Philipp, wie ist denn die Reaktion auf diesen Vorschlag gewesen? Die Reaktion ist ziemlich verheerend. Also so wie ich sie gelesen habe. Also die Opposition hat sich beschwert, dass sie eigentlich überhaupt nicht mit einbezogen wurde. Dass mit ihr überhaupt nicht darüber geredet wurde. Weil ja eigentlich schon auch die Idee ist, wenn wir an sowas Fundamentalem rumfummeln wie dem Wahlrecht, dann sollten wir irgendwie zumindest das Ziel haben, dass auch eine große Mehrheit des Bundestags sagt, ja, so machen wir das. Das ist eine gute Idee. Das hat nicht stattgefunden. Man muss dazu deutlich sagen, das ist von Verfassungswegen nicht geboten. Man kann mit einer einfachen Mehrheit im Deutschen Bundestag das Wahlrecht ändern. Was komisch genug ist. Aber so ist es halt. Das geht rechtlich. Also innerhalb der Grenzen, die das Grundgesetz vorgibt, und die sind sehr weit, kann also in der Bundestag das mit einer einfachen Mehrheit regeln. Allerdings gibt es in Deutschland eine langjährige demokratische Tradition, wie Philipp das gerade schon gesagt hat, an dem Wahlrecht eben nicht quasi mit einer knappen Mehrheit rumzufummeln, sondern hier breite Mehrheiten zu suchen. Also man macht das in der Praxis mit zwei Drittel Mehrheit und mehr. Muss man nicht, aber macht man, um eine große Legitimation des Wahlrechts sicherzustellen. Das ist ja auch total sinnvoll. Nennt man politische Kultur. Nennt man politische Kultur. Steht nirgends, aber ist eine gute Idee. Oder macht man halt nicht mehr. Die andere Kritik war, dass selbst die Koalitionäre sich nicht, also erstens konnten sie nicht beziffern, wie groß ist denn dieser Effekt überhaupt in Zahlen. Wo man sagen kann, gut, das ist mathematisch auch schwer vorherzusehen, ein bisschen kompliziert. Aber sie wollten sich nicht mal darauf festlegen, dass das wirklich eine Verringerung der Abgeordneten bringt. Das ist allerdings, wie soll ich sagen, ein sehr bescheidener Maßstab, den Sie da an sich selber anlegen. Ich sage mal so, man hätte ja zumindest mal die Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 durch diesen neuen Algorithmus nudeln können und schauen können, was dann rauskommt. Also, aber habe ich ehrlich gesagt auch in der Presse nicht gefunden. Ich habe es nur geguckt. Ich habe es nicht gefunden. Ist nicht ganz einfach. Also gerade wegen dieser Verrechnung der Direktmandate zwischen den Bundesländern, das wäre vermutlich nicht so ganz einfach gewesen, das zu simulieren. Aber ich denke mal, bevor man so einen Vorschlag macht, müsste man doch zumindest mal schauen, was der in der Praxis bedeutet. Es ist schon ein bisschen so eine Art verfassungsrechtlicher Blindflug. Also mir scheint, wenn es gut läuft, dann bleiben wir ein bisschen unter 709. Das ist so gerade, so mein Gefühl. Aber wenn es richtig gut läuft, auf der anderen Seite, wenn natürlich dieser Effekt sich verstärkt, dass sich die Zweitstimmen also noch breiter streuen zwischen den Parteien, als wir das bei der letzten Bundestagswahl erlebt haben. Insbesondere, wenn die Union bei den Zweitstimmen schlechter abschneidet als 2017, dann stehen ihr hinterher mutmaßlich deutlich mehr Direktmandate zu und deutlich mehr Überhangmandate zu. Und damit müsste es eigentlich mehr Ausgleichsmandate geben. Also und da werden dann die drei nicht ausgeglichenen Überhangmandate vermutlich auch nichts anändern. Ein Effekt allerdings könnte dem entgegenstehen, wenn tatsächlich hier und da mal andere Parteien Direktmandate gewinnen. Da gab es ja schon Kampagnen zu sagen, dass zum Beispiel SPD und Grüne einfach einen gemeinsamen Direktkandidaten aufstellen. Ich habe da jetzt konkret wenig von gehört, aber diese Überlegung gab es schon. Und das wäre natürlich grundsätzlich möglich, dass man sich darauf einigt, wir versuchen jetzt mal einen durchzuboxen, der der Union das Mandat abnimmt. Und jetzt, wo eben nicht mehr alle Überhangmandate ausgeglichen werden, macht das auch politisch wieder Sinn. Also solange es komplette Ausgleichsmandate gab, war es im Grunde so ein bisschen wurscht, wer das Direktmandat gewinnt. Jedenfalls für das Stimmenfall als im Bundestag war es wurscht. Aber nun eben, wo nicht mehr alles ausgeglichen wird, könnte der Anreiz für die anderen Parteien steigen. sich möglicherweise einfach auf einen gemeinsamen Direktkandidaten zu einigen. Aber wie gesagt, ich habe das noch nicht konkret gehört. Ich bin mal gespannt, was da so passiert in den verschiedenen Wahlkreisen. Dann ist ja aber auch noch ein Plan verfasst worden, wie das für die übernächste Wahl aussehen soll. Also 2025. Das ist aber noch sehr rudimentär. Genau, da gilt der gute alte Behördenspruch, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann bildet man den Arbeitskreis. Und genauso soll es auch hier wieder laufen. Bundestagswahl 2025. Da soll eine große Reform her. Wie die inhaltlich ausgestaltet werden soll, weiß aber keiner. Deswegen wird jetzt eine Kommission eingesetzt. Die soll immerhin diesmal auch die Opposition mit berücksichtigen. Und es sollen unabhängige ExpertInnen in diese Kommission hinein. Wobei mir nicht so ganz klar ist, Philipp, hast du das mitgekriegt, ob das jetzt noch vor der Bundestagswahl gestartet werden soll? Oder soll das der neue Bundestag machen? Das weiß ich nicht. Weiß ich nämlich auch nicht. Das ist in den Presseberichten irgendwie nicht deutlich geworden. Wie gesagt, was wir jetzt schildern, ist das Ergebnis eines sogenannten Koalitionsausschusses. Also so eine Klüngelrunde der drei Parteien, die die GroKo bilden. Deswegen ist das nicht immer hundertprozentig konkret, weil das im Grunde deren Bullet Points sind. Was halt da in der Stellungnahme steht. Und einen letzten Punkt möchte ich auch noch machen. Und das merkt man, finde ich, auch an diesem Segment, was wir hier abgeliefert haben. Das Wahlrecht ist zu kompliziert. Ich finde es zu kompliziert. Die Leute müssen, glaube ich, besser verstehen, wie sich das zusammenhält. Also insbesondere finde ich die Benennung von Erst- und Zweitstimme extrem blöd, weil Eins und Zwei sagt halt nichts. Man müsste die Stimmen eigentlich mit sprechenden Bezeichnungen belegen. Man müsste eigentlich von der Direktstimme und vielleicht von der Kanzlerstimme sprechen. Oder Kanzlerinnenstimme. Dann würde nämlich klar, Direktstimme, aha, direkt gewählter Kandidat, direkt gewählte Kandidatin, Zweitstimme gleich Kanzlerstimme. Ich meine, das stand ja schon in den 80ern, meine ich mal, auf Plakaten. Also irgendwer hat ja schon, hat mal Wahlplakate geklebt. Zweitstimme ist Kanzlerstimme. Also insofern, das könnte man den Menschen ja auch einfach auf dem Wahlzettel erklären. Direktstimme und Kanzlerinnenstimme. Aber ich sage dir, woran das scheitern wird. An der Debatte. Ob da ein Gegenderstern rein darf. Ja, okay, da muss man es vermutlich irgendwie, dann nennt man es halt Mehrheitsstimme. Direktstimme und Mehrheitsstimme. Oder wie auch immer man es formulieren will. Aber du hast natürlich völlig recht, wenn nicht das Kanzlerinnenstimme geht, natürlich nicht. Da löst sich Bayern ab. Also das kann ich dir jetzt schon sagen. Dann bauen die die Mauer. Okay, also mit anderen Worten, Philipp, ich glaube, du hast da schon einen Punkt. Jedenfalls müsste man mal so ein bisschen was dran ändern. Und ja, wir haben ja alle möglichen Gedanken hier gerade in Spiegel. Und Ingbert. Ein bisschen Feedback noch zum Schluss. Wir haben über Nawalny gesprochen. Da gibt es im Kern jetzt nicht so viel Neues. Es ist halt so, wichtigster Oppositioneller ist jetzt nach dem Urteil der Ärzte in der Charité vergiftet worden. Er lebt noch, er liegt im Koma. Sein Zustand ist nicht lebensbedrohlich, aber doch ernst. Es ist halt politisch interessant, weil Angela Merkel sich sehr dafür eingesetzt hat, dass Nawalny herkommt. Angeblich, sagt der Spiegel, lässt sich täglich unterrichten, wie es Herrn Nawalny geht. Aus Russland kommt so Schweigen und auch so die Frage, wollen Sie das eigentlich ermitteln, ist die Reaktion. Also momentan wissen wir gar nicht, warum wir ermitteln sollen. Unser Krankenhaus sagt, da wurde niemand vergiftet. Wir wissen gerade gar nicht, warum wir überhaupt ermitteln sollen. Also das ist so ein bisschen dann der Dinge. Und von euch kam Kritik, dass wir Alexej Nawalny so als oppositionelle Leuchtfigur hingestellt hätten. Der sei doch eigentlich Nationalist. Das ist, ich sage mal zu einfach. Als der angefangen hat, Opposition zu machen, vor einigen Jahren, war er ziemlich weit rechts. Und er ist auch aus dieser kleinen Oppositionspartei Jablöcke rausgeflogen, weil er ihn wohl zu rechts war. Mittlerweile muss man aber sagen, ist es nicht mehr gerechtfertigt, ihn als rechten Nationalisten zu bezeichnen. Ich glaube, das würde ihm Unrecht tun. Deswegen haben wir das nicht nach oben gehängt. Punkt. Dann müssen wir uns korrigieren. Die beiden Skripals sind natürlich nicht tot. Ich weiß auch nicht, wie uns das durchgerutscht ist. Eigentlich wissen wir das. Eine lange Liste der Toten. Im Eifer des Gefechts haben wir das nicht richtig dargestellt. Das ist dieser Vater und seine Tochter, die in Großbritannien vergiftet worden sind. Mutmaßlich mit einem Nervengift, das an ihrer Türklinke befestigt war. Oder angebracht worden war. Aber die haben Gott sei Dank überlebt. Und ich glaube auch ohne große bleibende Schäden. Also haben wir auch mal richtig Glück gehabt. Das müssen wir korrigieren. Ich glaube, das ist ein offener Fall. Man kann da jetzt ewig rumspekulieren, dass die Russen natürlich und Putin ein Rieseninteresse daran hat hier und da. Aber ich glaube, das ist so bitter, das ist. Wir werden aus Russland da keine Ermittlungen sehen. Wir werden aus Russland da keine Erkenntnisse sehen. Allenfalls wird es von externen vielleicht Ermittlungen geben, die uns mehr Hinweise darauf geben, wer das war, warum das war, wie das passiert ist. Aus Russland werden davon nichts erfahren. Und ich glaube, das wird sich einfach so traurig. Das ist einreihen in die lange Kette der Menschen, die Widerspruch in Russland nicht überlebt haben. So er denn stirbt. Also wir hoffen, dass es natürlich stirbt. Ich meine, er liegt jetzt in der Charité. Sein Zustand soll stabil sein. Auf der anderen Seite, er ist nicht bei Bewusstsein. Er liegt nach wie vor im künstlichen Koma. Künstliches Koma ist das Stichwort. Ja, soweit ich das weiß, Stand heute ist das so. Ja, wir haben noch einen weiteren Feedback-Blog. Und zwar hatten wir ja in der vergangenen Folge ausführlich berichtet über das Thema Diskussion um zu viel Polizeigewalt und hatten als Einstieg in diese Diskussion einen Vorfall aus Hamburg geschildert, der mich persönlich jedenfalls auch einfach sehr betroffen gemacht hat, weil ich dieses Video so furchtbar fand. Dazu gab es eine ganze Menge Feedback, Philipp. Und du hast dir mal die Diskussion bei uns im Forum angeguckt. Also eigentlich moderiere ich das ja, aber Philipp ist eben noch mal durchgegangen und hat so die wichtigsten Stichpunkte rausgegriffen. Also wir haben ja die Gewalt als im Kern unangemessen gebrannt, die da von Seiten der Polizeibeamten und Beamtinnen ausgeübt wurde. Da kam sehr viel Widerspruch und die Kernargumente waren, der Junge ist doch sehr kräftig. Er ist zwar erst 15, aber er ist im Kern sehr kräftig. Angeblich auch irgendwie Kampf abhobt, Box abhobt. Und er hat sich auch das T-Shirt ausgezogen. Und das sei ja ein Zeichen, so nach dem Motto, Leute kommt her, jetzt geht's los. So als wenn er als Boxer in den Ring steigt. Als wenn er als Boxer in den Ring steigt und so. Und da muss ich einfach sagen, ja, das mag alles sein. Der Junge war kräftig und dick und groß für sein Alter. Aber es bleibt einfach der Eindruck, ein Staat muss andere Mittel finden, um mit so einem Jungen umzugehen. Genau, zumindest muss man es mal probieren. Es mag natürlich sein, dass man in letzter Konsequenz, nachdem die Situation einmal so eskaliert war und er da quasi umringt von acht BeamtInnen an der Wand stand, nicht mehr anders entschärfen konnte. Möglicherweise war der Junge auch einfach inzwischen in einem internationalen Ausnahmezustand, sodass er da auch nicht mehr zu erreichen war. Will ich alles nicht ausschließen? Aber ich würde auch denken, da muss man es zumindest vorher versuchen. Und was mich eigentlich besonders betroffen gemacht hat, ist, wie viele Menschen da in der Diskussion doch so extrem autoritäre Gedanken geäußert haben. So nach dem Motto, der Polizei widerspricht man nicht. Und das finde ich in einer Demokratie einen ganz gefährlichen Ansatz. Also natürlich ist es ein pragmatischer Ansatz zu sagen, okay, der Polizeibeamte will das von mir, das mache ich jetzt mal. Das ist ein pragmatischer Ansatz, da hat man nämlich im Zweifel keinen Ärger. Und ich muss gestehen, ich bin selber jetzt auch kein großer Held. Wenn irgendwelche Beamte was von mir wollen, bin ich im Zweifel auch brav. Man muss aber auf der anderen Seite schon auch sagen, wir leben eben nicht in einem Polizeistaat, wir leben in einem Rechtsstaat. Und man muss die Möglichkeit haben, ohne verprügelt zu werden, auch einem Polizisten zu sagen, nein, das finde ich falsch, sie haben kein Recht dazu. Das muss möglich sein. Das ist quasi der Kerngedanke eines Rechtsstaats, der Polizei auch widersprechen zu dürfen. Und zwar ohne, dass sie einen dafür aufmischt. Wo kommen wir denn da hin? Also es hat mich wirklich, das muss ich ganz deutlich sagen, es hat mich richtig betroffen gemacht, wie viele Leute da offensichtlich mit so einer Art Pickelhaube vor dem Computer saßen und ihre Kommentare geschrieben haben. Auf der anderen Seite, Stichwort Kommentare, hat es mich sehr gefreut, wie viele Menschen mitkommentiert haben, mitdiskutiert haben, die ganz offensichtlich der Polizei angehören. Das waren also einige, ich weiß nicht, bestimmt ein Dutzend oder so. Das hat unsere linguistische Tiefenanalyse ergeben. Also einige haben es von sich selber gesagt. Wir hatten da einen zum Beispiel Diensthundegruppenführer dabei und so. Also das wollte ich ausdrücklich noch mal sagen. Ich finde das super, denn genau das brauchen wir. Wir müssen in eine Diskussion einsteigen. Und um das auch noch mal ganz persönlich zu sagen, also ich habe selbstverständlich überhaupt kein Problem mit der Polizei. Das wurde mir dann auch von ein, zwei Leuten unterstellt. Ja, der Ulf hat ja generell ein Problem mit der Polizei. Quatsch, ja. Ich arbeite jeden Tag mit dem LKA Berlin zusammen bei meinem Funktionalen-Projekt. Das wäre absurd. Ich habe überhaupt kein Problem mit der Polizei. Ich habe persönlich auch noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Jedenfalls nicht mit der deutschen Polizei, mit der New Yorker Polizei schon mal eher, weil ich mit meinem Fahrrad auf dem Bürgersteig gefahren bin. Das war nicht so cool. Ein Glück war es kein Roller. Und ich war nicht schwarz. Weil Cycling while black ist ja unter Umständen auch tödlich. Also insofern nicht gut. Insofern, ich habe selbstverständlich kein Problem mit der Polizei. Aber ich habe einfach, das ist ja, glaube ich, in der Lage auch deutlich geworden, schon ein sehr intimes Verhältnis zur Rechtsstaatlichkeit. Und dazu gehört eben, dass Menschen, die Hoheitsgewalt ausüben, das eben in rechtlichen Bindungen tun. Und deswegen reagiere ich persönlich auch durchaus kritisch und in Einzelfällen emotional, wenn ich den Eindruck habe, dass diese rechtlichen Bindungen hinten runterfallen. Und das war hier aus meiner Sicht vor allem der Fall, nicht in der Situation, wo sie ihn umringt haben. Das hat mich betroffen gemacht. Aber da weiß ich nicht, ob das vielleicht rechtlich nicht mehr anders ging. Ich fand vor allem das Problem, dass man überhaupt versucht hat, ihn mit auf die Wache zu nehmen wegen einer solchen Lappalie. Und nachdem er seinen Namen gesagt hatte und nachdem er gesagt hat, hier kann ich meinen Vater anrufen, dass der mich identifiziert. Hier war auch ein Zitat von einem Hörer in der, Hörer war es glaube ich in dem Forum, Zitat, was wäre denn die Alternative? Der junge Mann möchte nicht mitmachen und dann darf er einfach gehen. Das würde polizeiliche Maßnahmen nur aushöhlen, Zitat Ende. Und da würde ich sagen, das ist nicht die einzige Alternative. Auch wenn du Geiselnamen hast, da kommt halt jemand, der weiß, wie man mit solchen Leuten redet. Und das ist ein ganz anderer Fall. Dann brauchst du halt hier jemanden, der mit diesem Jungen reden kann, der ihn nicht anschnauzt, aber der irgendwie geschult ist, mit solchen Leuten zu kommunizieren, damit sie vielleicht kooperieren. Idealerweise wäre natürlich schon ein Polizeibeamter so geschult. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann muss halt Verstärkung. Und dann muss man natürlich auch sehen, also nicht um jeden Preis muss man die Identität feststellen. Also jedenfalls nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Also man muss sich doch zumindest kurz die Frage stellen, okay, hier ist eine Ordnungswidrigkeit begangen worden. Der Junge muss vielleicht, keine Ahnung, 15 Euro Bußgeld zahlen und so. Das mag ja alles sein, aber muss man dafür wirklich einen Menschen über Stunden seiner Freiheit berauben, nur irgendwie mit auf die Wache zu nehmen und Identität festzustellen? Ich will nicht in Abrede stellen, dass das je nach Rechtslage in Hamburg und so möglicherweise sogar rechtlich zulässig war. Das haben wir in der letzten Lage ja auch gesagt. Kann sein, dass das nicht illegal war. Ich finde, nur unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten müsste sich das einem Beamten aufdrängen, dass er es jetzt möglicherweise übertreibt. Und zwar vor allem dann, wenn der Junge doch offenbar in dem Kiez wohnt und da ständig rumläuft, wenn dann die persönlichen Daten nicht stimmen, die der Junge freiwillig angegeben hat, dann fange ich den halt beim nächsten Mal ab. Oder ich lasse ihn seinen Vater anrufen. Oder, oder, oder. Es hätte genug Möglichkeiten gegeben. Ich glaube auch, wir müssen den Vater jetzt nicht noch mal quasi bis ins Letzte filetieren. Unser Punkt war einfach der Appell, Deeskalationsmöglichkeiten stärken und einfach möglicherweise auch mal zurücknehmen. Die Polizei muss quasi nicht jede Situation um jeden Preis gewinnen. Notfalls mit acht Leuten Identitätsfeststellung durchführen, um 15 Euro Bußgeld einzutreiben. Oder ich weiß die Summe nicht. Vielleicht sind es auch nur fünf, für Fahren auf dem Gegesteig. I don't know, ja. Dann noch ein kleines Update zu unserer persönlichen, geschäftlichen Bankengeschichte. Wir hatten ja das Problem, dass einige von euch Meldungen bekommen haben bei Überweisungen. Hier wollt ihr wirklich auf dieses Lagekonto da überweisen. Das sieht doch sehr fishy aus. Ist das nicht vielleicht Geldwäsche? Und da gab es ein paar Rückmeldungen, die uns ein bisschen weitergebracht haben, glaube ich. Ob das jetzt die Lösung ist, das müssen wir mal sehen. Ja, genau. Wir tasten uns so ein bisschen ran. Also zum einen war es nämlich so, dass wir auf unserer Homepage bis vor ein paar Tagen fahrlässigerweise als Konteinhaber Philipp persönlich stehen hatten. Da stand also bitte überweis an Philipp Bannse Kontonummer. So ein IBAN-Blaso. IBAN-Blaso, ja. Und das Konto läuft aber schon seit langem natürlich auf unsere Firma. Und deswegen könnte da, oder es könnte irgendwie solche Warnungen ausgelöst haben, hat uns jemand erzählt. Insofern achtet bitte darauf, dass ihr an die Lage der Nationen, GmbH und Co. KG überweist, wenn ihr spendet. Das wäre sehr nett. Wir haben das jetzt auf der Website auch entsprechend geändert. Falls ihr uns netterweise einen Dauerauftrag eingerichtet habt, dann seid doch so gut und ändert dabei Gelegenheit mal den Empfänger von Philipp Bannse auf Lage der Nationen, GmbH und Co. KG, dann müsste das eigentlich funktionieren. In diesem Sinne würde ich sagen, die Lage der Nationen ist für diese Woche abschließend und ausführlich, wie ihr das kennt, beurteilt. Wir danken ganz herzlich für euer Interesse, fürs Zuhören, auch fürs Mitdiskutieren, gerade auch bei uns im Forum unter talk.lagedernation.org. Wir haben uns auch sehr gefreut über die vielen Beiträge von Menschen, die offenbar bei der Polizei arbeiten. Denn wie gesagt, es ist total wichtig, einfach miteinander ins Gespräch zu kommen und sich diesem Diskurs zu stellen, auch der Kritik zu stellen. Viele haben das auch getan, manche nicht, aber viele auch. Insofern auch diese Woche freuen wir uns wieder, wenn Menschen, die irgendwie zu tun haben mit den Themen, die wir bearbeiten oder auch andere Menschen mit uns diskutieren, ihre Meinung ins Forum schreiben. Ganz herzlichen Dank für eure Zeit und eure Mühe. Und in diesem Sinne, schönes Wochenende und bis bald. Bis dann. Tschüss.